Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen im CPH, im Caritas Pirkeimerhaus in Nürnberg. Und ich sage auch ein herzliches Willkommen in die Kameras für all diejenigen, die uns irgendwo vor einem technischen Gerät verfolgen und mit dabei sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Siegfried Grillmeier und es gibt immer so ein kleines Gesetz bei Kooperationsveranstaltungen. Der Hausherr bekommt immer so ein kleines Vorrecht, das erste herzliche Willkommen zu sagen. Und deshalb sage ich ganz herzliches Willkommen hier im Saal, gerne mit Applaus an unseren heutigen Gesprächspartner Dimitri Kapitelmann. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und als Hausherr hat man das kleine Vorrecht. Eigentlich müssten wir gemeinsam begrüßen, neben mir Eva Nagler von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir führen das in Kooperation durch. Liebe Eva, ich freue mich sehr, dass wir nicht nur wieder kooperieren, sondern dass du die Moderation und damit auch das Gespräch übernommen hast und auch dir ein herzliches Willkommen. Genau. Es gibt einen dritten Kooperationspartner und das ist die Zeitschrift des Organ Reportagen. Und vielleicht darf ich Ihnen kurz erzählen, wie es dazu kam. Zum einen sind wir aufmerksam geworden auf unseren heutigen Gesprächspartner, weil er sich mit Themen beschäftigt, die uns hier in der Akademie und zum Teil auch in der Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung immer wieder umtreiben. Da geht es um Fragen von Identität, von den Religiösen heute in unserer Gesellschaft und damit sein erstes Buch, das ihn zur Spurensuche zu seinem Vater nach Israel geführt hat. Und es geht immer wieder auch um den Blick ins Europäische, zu unserem europäischen Nachbarn und damit nach Kiew und damit zum zweiten Buch. Und so sind wir in Kontakt gekommen mit den Reportagen und da entstand aber genau das, was uns heute beschäftigen wird, ein ganz eigener Blick auf eine Sozialstudie, ein reflektierendes Nachdenken und eben in besten Weise nachgehen nachgehen zu einer Frage, wie heute in Leipzig Zusammenleben gelingt und welche Bilder da entstehen. Und wir als Akademie, bei uns steht im Gründungsdokument, wir sind dazu sozusagen geschaffen worden, um in vertiefter Weise den Fragen der Zeit nachzugehen. Und ich glaube, das wäre genau das, was Reportagen eigentlich tun wollen, in vertiefter Weise den Fragen der Zeit nachzugehen. Und jetzt will ich euch nicht vereinnahmen, aber die Friedrich-Ebert-Stiftung will ja genau das unterstützen, dass man in verschiedenen Veranstaltungen und Fragen der Zeit nachgeht. Und daher kann ich nur sagen, wir freuen uns auf das Gespräch. Den Werbeblock für die anderen Bücher bringe ich dann am Schluss der Veranstaltung und freue mich jetzt mit Ihnen einfach, den Fragen nachzugehen und den Blick nicht nur nach Leipzig zu werfen. Herzlichen Dank und ich komme später wieder. Ja, herzlichen Dank für diese Begrüßung hier im CPH. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Eva Nagler und ich arbeite bei der Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern im Büro Regensburg. Wir sind heute einer der drei Kooperationspartner und ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung in Nürnberg machen. Wie schon gesagt wurde, die Friedrich-Ebert-Stiftung ist daran interessiert, in den politischen Bildungsveranstaltungen aktuelle gesellschaftliche Themen zu behandeln und zu besprechen. Und das, was wir heute besprechen, ist eines, also passt da genau sehr gut rein. Wir reden über Integration, über Stadtentwicklung, über Vielfalt, über Ostdeutschland. Und das ist auch das, was ich besonders gut finde, dass wir heute auch den Blick nach Ostdeutschland richten. Ich finde, das wird in den westdeutschen Bundesländern viel zu selten gemacht und die Friedrich-Ebert-Stiftung beschäftigt sich auch sehr stark mit dem Thema Ostdeutschland. Wir haben in jedem Bundesland ein Büro und führen dort Bildungsveranstaltungen durch. Ich selbst war auch fünf Jahre in Thüringen tätig, habe da ganz viel über die DDR gelernt und auch über die Fragen, die jetzt noch in der Gesellschaft da sind. Und ich finde das super, dass wir diese Fragen heute auf eine literarische Weise auch nach Nürnberg tragen. Und genau, so viel erst mal von mir. Jetzt blicke ich zu meiner linken Seite, Dimitri Kapitelmann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und uns vorlesen werden aus mehreren Teilen von einem Text, der in der Zeitschrift Reportagen erschienen ist, beziehungsweise erscheint. Kurz zur Person. Dimitri Kapitelmann ist als Achtjähriger nach Deutschland gekommen mit seiner Familie aus der Ukraine. Er lebte lange Zeit in Leipzig. Er studierte in Leipzig, aber auch in München. Er ist Journalist unter anderem für die Zeit und Buchautor. Wurde schon angesprochen, dass mehrere Bücher hier auch noch liegen. Die können Sie sich gerne nach der Veranstaltung anschauen. Genau. Und Dimitri Kapitelmann hat für die Reportagen mehrere Texte geschrieben über die Eisenbahnstraße in Leipzig. Und darum geht es bei unserer heutigen Veranstaltung, meine schrecklich nette Straße. Ich möchte noch ein bisschen was zum Ablauf des heutigen Abends sagen. Wir werden zwei Leseblöcke haben. Ich werde nach dem ersten Leseblock Fragen stellen. Dann haben wir wieder einen Leseblock. Und dann habe ich wieder ein paar Fragen vorbereitet. Ich möchte Sie aber auch ganz herzlich dazu einladen, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben ein Saalmikrofon hier. Und die Menschen, die im Livestream zugeschaltet sind, können ihre Fragen über die Kommentarfunktion stellen. Deswegen blicke ich auch immer wieder auf den Laptop, um da zu gucken, welche Fragen reinkommen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Lesung. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie bei Schnee und Regen in aller Herrgottesfrühle sich hierher gekämpft haben. Ich möchte das nochmal kurz unterstreichen. Wenn Sie was fragen oder sagen wollen, dann tun Sie es. Ich finde es sehr spannend, mich zu unterhalten. Ich werde von meinem Laptop lesen, entgegen meinem eigenen Wunsch. Zum einen, weil ich einfach ein paar Belegexemplare nicht erhalten habe. Zum anderen, weil die letzte Folge noch gar nicht publiziert ist. Also es ist ja eine Weltpremiere. Der heiße Scheiß von der Eisenbahnstraße. Die Eisenbahnstraße würde ich jetzt auch nicht viel weiter charakterisieren, weil das der Text gleich versucht. Was ich aber gerne noch dazu sagen würde, ist, dass der Ursprungsgedanke, über diese Straße zu schreiben, für mich war, noch bevor ich wusste, dass es eine Kolumne wird, dass ich mich gefragt habe, ob es überhaupt möglich ist, eine Straße medial oder einen Ort medial gerecht darzustellen und zu potrizieren. Was einfach mit gewissen Medienlogiken zu tun hat, was damit zu tun hat, dass man natürlich nicht ewig bleiben kann an einem Rechercheort, dass die Dinge immer verschlagwortet werden zu Integration, Rassismus und dem entkommt man nicht. Und ich bin diesem Prinzip auch nicht ganz entkommen. Das versuche ich im Text aufzufangen. Also der Titel zum Beispiel, meine schrecklich nette Straße, der ist nicht von mir. Und das meine ich jetzt gar nicht als Kritik an der Redaktion. Aber auch darauf habe ich keinen Einfluss dann, wie in welchem Licht die Dinge, die ich da versuche zu erzählen, gezeigt werden. Zumindest nicht vollkommenen. Weil freie Autoren oft den Titel und sogar die Beschreibung, den Teaser eigentlich erst aus der Publikation erfahren. Also auch das strahlt dann eben darauf zurück, inwiefern man, weil Sie müssen sich vorstellen, nicht jeder, nachdem er oder sie den Titel und den kurzen Teaser, den Vorspann gelesen hat. Es kann sein, dass Leute den Text dann nicht mehr lesen. Weil sie sagen, das will ich nicht wissen oder es regt mich auf oder das weiß ich schon, was auch immer. Und dann kann es sein, dass man das Gegenteil geschrieben hat, aber das wird niemand erfahren. Egal. Der Prolog. Die Leipziger Eisenbahnstraße ist als die kriminellste Meile Deutschlands verschrien. Vor wenigen Monaten ist unser Autor hingezogen und entdeckt eine Unschuld jenseits aller Vorurteile. Wenn etwas an Irrtümern richtig ist, dann vielleicht, dass sie oft Unschuld in sich tragen. Hoffentlich trage ich daher zu einem richtigen Irrtum bei, wenn ich von Unschuld in einer äußerst verrufenen Straße berichte. Zugegeben, zwielichtig, anstrengend. In fast allen Belangen unaufgeräumt ist sie, die Eisenbahnstraße Leipzigs. Einige Medien, die guten Journalismus fast genauso gern mögen wie gutes Geld, haben sie gnadenlos superlativ als kriminellste Meile Deutschlands gebranntmarkt. Zwei Tage Recherche, zehn Jahre Reputationsschaden. Schreibe ich jetzt so kritisch, dabei machte ich selbst lange einen Bogen um diese Ecke. Vor etwa zehn Monaten hielten ein Freund und ich an einer roten Ampel in der Eisenbahnstraße. Rechts ein mit Graffiti zugebombter Callshop, vor dem ein strahlend weißer SUV von BMW und eine nicht minder funkelnde schwarze Limousine von Mercedes mit getönten Scheiben parkten. Links lief eine junge blonde Frau in zerschlissener Jogginghose und löchrigen pinken Pulli vorbei. Die kenne ich, das ist die Freundin vom Lauritz. Reiche Eltern in Stuttgart, aber läuft im Osten rum, als besieße sie keine zwei Euro. Ärzte mein eigentlich sonst sehr feinherziger Freund aus München. Im Ernst, die lebt jetzt hier spottbillig im halbsanierten Altbau, also spottbillig für sie, treibt die Mieten hoch und feiert die Armut ringsherum als Lifestyle. Ich würde unter gar keinen Umständen freiwillig in die Eisenbahnstraße ziehen, wie zu abgefuckt. Assistenz ätzte ich. Zwei Monate später hatte ich meine Wohnungsbesichtigung. Der für einen Vermieter recht freundliche Mann und für einen freundlichen Mann recht undurchsichtige Vermieter schloss die Haustür auf und drei Meter weiter schloss er auch das Eisengitter auf mit nach oben ragenden Spitzen. An der Wand ein Aussagen der Polizei, Augenzeugen aufgrund von Brandstiftungen gesucht. An der Wohnungstür deutliche Einbruchsspuren, dennoch nettes Mietplätzchen und nichts als Vogelgezwitscher auf dem Balkon. Gut, rechts eben das Haus, das kürzlich angezündet wurde. Aus den scheibenlosen Fensterschlitzen starrte schwarzer Ruß einem in die Seele zurück. Und im Hof dümpelten Kinderwagenskelette und Schmelzfiguren billiger Ikea-Schränke. Aber im Baum, direkt vor meinem potenziellen Balkon, da hockten zwei selig fette Tauben und wärmten einander, einig, rund und heimelig. So dass ich dachte, wenn diese dummen Vögel es schaffen, in der Eisenbahnstraße froh und fett zu werden, dann sollte das ja wohl für mich gelacht sein. Zentrale Lage, wie man bürgerlichkeitsgeografisch so sagt, und auch nicht allzu weit von den nicht wirklich jünger gewordenen Eltern entfernt. Besonders wegen letzteren war ich nicht allzu herzensglücklich darüber, nach zehn Jahren Welt wieder in Leipzig angekommen zu sein. Die wenigen Minuten, die ich anschließend vor der Haustür stehen blieb, um ein Gefühl für das morgendliche Treiben zu kriegen, führte mir allerdings eine Straße vor Augen, die so gar nicht wie das alte Leipzig aussehen wollte. Ein auf Arabisch telefonierender Mann mit sensationell schimmernden Locken stolzierte in einem glanzlosen An- und Verkauf. Eine fröhlich-asiatisch-afrikanisch-deutsche Familie, die sich im Gehen ein Lachmatschum teilte. Ein Inder im lila Turban mit riesigen Kopfhörern, barfüßig. Hipster in ironisch billiger Kleidung, Hipster in ironisch teurer Kleidung. Zwei Frauen mit Kopftuch, die sich verträumt muslimische Hochzeitskleider ansahen und kicherten. Und auch die gelangweilt dasitzenden Dealer bekamen bald Kundschaft. Die Eisenbahnstraße ist wohl die einzige nicht-dominant-weiße Straße Sachsens. 1,4 Kilometer im Osten Deutschlands, Berlin ausgenommen, wo Weißsein nicht die Norm, nicht das demografisch-kulturelle Fundament des Alltags ist. Das Leipziger Meldeamt zählt zugezogene aus 70 Nationen, was wiederum seit einer geraumen Weile Studenten, Künstler, Gastronomen, Glücksritter, Unternehmer, Touristen, kurz verschiedenste Individuen von überall anlockt. Die Hausgemeinschaft in meinem Wohnhaus ist dann auch relativ jung. Mein Nachbar Norbert hat einen Mitgenommenen ohne Gewaltaufkleber an seiner Tür. Bei den Briefkästen sind einige Good-Night-White-Pride-Aufkleber, auf denen ein Rassist von einem Lastenrad überfahren wird. Was progressiv, aber auch paradox wird, weil ich in unserem solide sanierten Haus bisher nur Weiße, meist recht neu zugezogene Mieter getroffen habe. Vergessen wir aber nicht, dass 4 Millionen junge Menschen Ostdeutschlands seit der Wiedervereinigung verlassen haben und besonders in den Provinzen auch weiterhin verlassen. Daher ist diese demografische Dynamik in Leipzig, ohnehin die am schnellsten wachsende Stadt der Bundesrepublik, keine Lappalie. Die Eisenbahnstraße könnte also ein großes, wenn auch noch partiell vergiftetes Geschenk darstellen oder an der eigenen Blüte zugrunde gehen und verstuttgarten. Hochspannend ist hier sowieso in einem Bundesland, wo bei der jüngsten Bundestagswahl jeder Vierte die rechtsextreme AfD zur stärksten Kraft gewählt hat. Man muss kein Schuldmathematiker sein, um zu erahnen, dass jedes Delikt in dieser, trotz allem als dominant arabisch gelesenen Straße, politisch doppelt und dreifach wiegt. Zumindest für manche. Am 5. November 2018 wurde die Eisenbahnstraße offiziell zur Waffenverbotszone, die erste überhaupt im Freistaat Sachsen. An ihren Enden und Seitengassen illustrieren große gelbe Schilder, dass Pistolen, Baseballschläger, Klappmesser und Gasflaschen hier ausdrücklich untersagt sind. Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die Einrichtung einer Verbotszone zum Schutz vor Waffen und gefährlichen Gegenständen in Leipzig steht da nüchtern unter den vier rot durchgestrichenen Piktogrammen. Wobei seit einer Weile nur noch die Pistole zu erkennen ist, die anderen drei Symbole wurden von der Stadt durch eine gelbe Folie abgedeckt. Das oder die Pistolenlobby hat sich frech dachsig sämtliche Werberechte auf Verbotsschilder gesichert und die Konkurrenz kurzerhand aus dem Weg geräumt. Ich habe mal beim hiesigen Bürgerbüro deswegen nachgefragt, aber auch sie waren ratlos. Sicher ist, dass eine gemeinsame Studie der Uni Leipzig und der Landespolizeihochschule aus dem Sommer belegt, mit der Schaffung einer Waffenverbotszone sind die Verbrechen nicht weniger geworden. Innenminister und Polizei haben daraufhin die Zonenpolitik für überwunden erklärt. Aber die Schilder stehen immer noch. Und mit ihnen die linken Proteststicker, die sie überziehen. Fuck Cops, rassistische Kackscheiße, wir sind alle links. Die Waffenverbotszone erlaubte der Polizei hier in der einzigen nicht-weißen Straße Sachsens anlasslose, man könnte auch sagen, willkürliche Kontrollen. Hat er denn schon Französisch gelernt in diesem Dschungel? Onkel David, vor gar nicht so vielen Jahren jüdisch aus der Ukraine emigriert, hilft mir, die Küche einzubauen und geht offenbar davon aus, dass im Dschungel, so sieht er die Eisenbahnstraße, Französisch gesprochen wird. Weil ich handwerklich so nutzlos bin, sind meine Mutter und Onkel David dazu übergegangen, von mir in der dritten Person zu sprechen. Obwohl ich direkt neben ihnen stehe, in meiner eigenen Wohnung. Naja, er kann das ja. Ich kann was, Mama? Mit den ganzen, mit den ganzen was? Nationen hier. Und dann auch noch in der kriminellsten Meile Deutschlands. Er, also ich, holt tief Luft und überlegt, welche problematische Aussage zuerst anzugehen ist. Da klingelt das Handy meiner Mutter. Die Polizei. Jemand hat unten ihr Auto aufgebrochen. Wir stürzen runter, wo ein prima bewaffneter Polizeibeamter neben dem Wagen wartet. Guten Tag. Nee, eigentlich hat er gesagt, guten Tag, eine Gruppe Schwarz-Afrikaner hat beobachtet, wie sich eine Gruppe Südländer Zugang zu ihrem Auto verschaffte und daraufhin uns verständigt. Der Polizist schaut bei dieser Deskription verwirrt. Meine Mutter schaut verwirrt. Ich sowieso. Ein richtiges Wirrgefühl breitet sich zwischen uns aus. Am verwirrtesten aber werden die Autoknacker geguckt haben, als sie auf einen echten Dschungel aus leeren Katzenfutterkartons, Kauflandbroschüren und Pilzsammelkörben im Volkswagen Dreitüre meiner Eltern stießen. Es wurde nichts entwendet, stellen wir bald gemeinsam fest. War das Auto abgeschlossen? fragt der Beamte. Ja, sind Sie ganz sicher, dass das Auto abgeschlossen war? Ja, bin ich ganz sicher, versichert meine Mutter und klingt sehr russisch dabei. Als der Polizist wieder seinen Streifenwagen gestiegen ist, lehnt sie sich zu mir rüber und flüstert, ich bin mir nicht sicher, ob das Auto abgeschlossen war. Was soll man aus so einer Geschichte lernen? Als Exempel der Unschuld taugt sie nicht. Aber auch die Schuld schwimmt nur schlaff und gestückelt darin herum, wie Schinken im Kartoffelsalat. Als die Eisenbahnstraße noch auf den Namen Ernst-Tegelmann-Straße hörte, gab es hier sogar so etwas wie ein Boulevard und beachtliche Betriebe. Alt sind aber auch die Ursprünge des miesen Rufs dieser Gegend. Arbeiterviertel im sozialistischen Arbeiterstaat, doch selbst da deklassiert, im DDR-Sprech als komplexes Rekonstruktionsgebiet bezeichnet, gering qualifizierte Alkoholiker als angeblich asozial aussortierte. Und wo Leipzig unbegehrt war, da durften nach der Wende die Migranten hin. Vor dem Aldi floriert so etwas wie der Coworking-Space der Drogendealer, die für einen auf Diskretion setzenden Berufszweig erstaunlich uniform auftreten, meist in einem gefälschten Sportanzug und gefälschten Sportschuhen, sportliche Räder mit dicken Reifen fahrend. Der Dealer, mit dem ich hier neulich Ärger hatte, trug einen Trainingsanzug von Real Madrid. Mein Gas, gib mein Gas, schrie er und rannte mir hinterher, mit seiner Hand sprühbewegung machend, wobei sich sein Kopf für einen Sportler bedenklich rot färbte. Er dachte anscheinend, ich hätte sein Pfefferspray eingesteckt. Dabei hatte ich nur Lachmatschuhn gegessen, ganz zufällig auf derselben Parkbank, wo er zuvor saß. Ich präsentierte ihm dann meine Lachmatschuhn-Serviette und leere Hosentaschen und fragte, was ich mit seinem Gas sollte. An diesem Tag beschloss ich, in dieser Straße von nun an vor allem geradeaus zu gehen, weil in den Winkeln jemand sein Gas bzw. Ärger suchen könnte. Neulich sind wir uns wieder begegnet. Naja, er, ich, ihm. Mich hat er nicht erkannt. Um fair zu sein, er stand auch unter Sozialstress, schien mit Mittagessen holend für die Sportsfreunde dran zu sein und einige Schwierigkeiten zu haben, sich zu merken, wer welche Soßen wozu haben wollte. Auffällig ist auch, wie jung einige Drogenverkäufer der Eisenbahnstraße sind und somit zuweilen ziemlich überschwänglich. Lachend und springend fassen sie sich gegenseitig an den Schultern, wenn sie sich etwas erzählen, fast wie Kinder. Ich persönlich kaufe den Dealern aber eher nicht ab, dass sie so glücklich sind, geschweige denn lange glücklich bleiben dürften. Um ehrlich zu sein, bringt mich die Eisenbahnstraße mitten in eine Sinnsackgasse. Seit ich hier wohne, bezweifle ich immer mehr, ob es überhaupt möglich ist, einen Ort gerecht darzustellen. Am Ende zeigt man womöglich nur sich selbst. Deswegen will ich vom Unverfänglichen in der Eisenbahnstraße erzählen, dem Unverdachten und deshalb Unverdächtigen. Möglich, dass mein zärtlich verzerrter Versuch völlig idiotisch ist. Dem möchte ich aber doch entgegensetzen. Wer braucht eine Unschuld, immerhin eine nahe Verwandte der Unvoreingenommenheit? Wer braucht eine Unschuld, die sich nicht richtig zu irren wagt? Ja, manchmal komme ich mir schon ziemlich lächerlich vor, hier mit Toilettenpapier, Aufbackcroissants und frischer Minster rumzulatschen und fröhlich den Herrn Einwohner zu mimen, während drum rund um Drogen vertickt werden und schneeweiße Porsche Panamera kolonnenweise vor Geld waschenden Cafés und Cocktailbars parken. Demografische Dekoration für das organisierte Verbrechen. Das organisierte Verbrechen. Das bin ich. Aber an der Telefonzelle, wo ein Mann mit schwarz angelaufenen Beinen täglich Heroin raucht, prangt ein Katze-vermisst-Hilferuf. Auf Deutsch, Arabisch, Englisch und Französisch erfährt man, er hat einen schwarzen Fleck auf dem Po und zwischen den Augen und an den Ohren scheint seine rosafarbene Haut etwas durch. Wir vermissen unseren Raymond sehr. Wo sonst in Sachsen hängen Katzen-vermisst-Anzeigen in vier Sprachen? Oder was ist mit dem Istanbuler Supermarket, wo an der Kasse ein Mann sitzt, dessen semi-lila Gesicht anscheinend mal zur Hälfte in Flammen stand? Wenn man da in den zweiten Stock steigt, grüßt auf jeder Stufe ein rosa Säckchen Persilpulver. Wie ein Ehrenkomitee stehen sie säuberlich spalier. So gern hätte ich dem Moment beigewohnt, als jemand im Istanbuler Supermarket der Eisenbahnstraße auf diese Idee kam und dann Stufe um Stufe anrichtete. Falls das irgendwas wert ist, ich habe noch nie in einem Viertel gelebt, wo sich die Menschen so bereitwillig mitten auf der Straße grüßen. Teilweise über 30 Meter hinweg nacheinander rufend, oft hubt man sich im Vorbeifahren zu. Das langgezogene Ah, im Salam Aleykum geht dabei zuweilen organisch über in Na, alles klar? Ist es nicht auch eine Wahrheit über diesen Ort, jenseits der Kriminalitätsrate? Deutschlands bereitwilligst grüßende Meile. Aber mit so einer Überschrift lässt sich kein Alltagsapokalyptiker zum Zeitungskauf ängstigen. Das ist der erste Teil. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon gesagt haben. Die Serie war auf ein Jahr angelegt und sie hat im vergangenen Herbst begonnen, also Sommer, Herbst 2021. Und das Reportagen-Magazin erscheint so alle zwei Monate. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen durch die Jahreszeiten gleiten. Und sind jetzt wahrscheinlich, ja, ein feuriger Tag. Ein Lagerfeuer im Park, der an Leipzigs Eisenbahnstraße grenzt, rettet unseren Autor vor seinen Verfolgern. Es soll allerdings nicht das einzige Feuer in diesem Tag bleiben. Während ich das lese, beschließe ich, die Vorspanne nicht mehr zu lesen und zu meinem Text überzugehen. Okay. Auch nach einem halben Jahr in meiner schrecklich netten Straße reagieren Leipzigs Drogendealer mit Befremden auf mich. Sehe ich halbwegs aufgeräumt aus, verdächtigen sie mich, ein Zivilpolizist zu sein. Police, ja, zischt es dann aus ihren Reihen und jemand macht Vogelgeräusche, um die Kollegen zu warnen. Sehe ich hingegen mitgenommen aus, beharren sie darauf, dass ich auch etwas von ihnen mitnehme. Erst war ich gekränkt von beiden Zuschreibungen. Mit der Zeit habe ich aber gelernt, die Dealer für ihren unbestechlichen Blick wertzuschätzen. Umgarnen sie mich im Vorbeigehen zu sehr, weiß ich, dass ich mehr Vitamine essen sollte. An einem dunkelgrauen, kleinlich verregneten, strukturell ekelhaften Wintertag muss ich ebenfalls dunkelgrau und strukturell süchtig ausgesehen haben. So sehr, dass mich sogar das ungute Gefühl beschlich, von drei Dealern durch den unweit der Eisenbahnstraße gelegenen Rabitpark verfolgt zu werden, von denen und der plötzlich aufgeflammten Erkenntnis, meiner Straße bis jetzt kein Stückchen näher gekommen zu sein. So fremd sie mir anfangs war, so fremd ist sie mir bislang geblieben. Hipster müsste man sein. Die definieren und zelebrieren sich selbst als lokales Zentrum. Was wissen die, was ich nicht weiß? Wenigstens meinen Nachbarn Norbert habe ich ein wenig näher kennengelernt. Er heißt in Wirklichkeit gar nicht Norbert, wie in der ersten Folge unschuldig behauptet, sondern Manuel. Er ist Sohn einer philippinischen Mutter und Migrationsforscher vom Beruf. Super Typ mit gutem Musikgeschmack. Aber sonst, was mache ich hier? Doch, doch, die Gestalten, 50 Meter hinter mir, die verfolgen mich tatsächlich. Just als ich denke, jetzt bloß nicht allein in eine dunkle Ecke abbiegen, ruft jemand, hey, setz dich doch zu uns. Wenn das nicht das Sagen, wo der Reporter Glück ist. Die Streetworker der Eisenbahnstraße grüßen. Der junge, sozial arbeitende Mann mit lockiger, roter Miene unter der hippen Mütze und einem schämischen Grinsen und die junge, sozial arbeitende Frau mit einem Nasenring, überhaupt viel Schmuck und violett lackierten Nägeln. Sie sitzen auf Campingstühlen um ein Lagerfeuer, mit einigen Kannen Kräutertee und Visitenkarten ausgestattet. Manchmal kommen wir in den Park, um sichtbarer zu sein, erklärte der Streetworker. Vor einigen Wochen habe ich bei ihrem Büro beobachtet, wer so zur wöchentlichen Sprechstunde kommt und um Unterstützung ersucht. Ein einziger Mann klopfte wegen irgendeiner Bescheinigung für seinen Hund. Vielleicht ist das Problem, hadete damals die junge Sozialarbeiterin, dass wir hier von der Community vor allem als deutschsprachiges Angebot an Deutsche wahrgenommen werden. Auch Yusuf sitzt am Lagerfeuer. Schwarzer Vollbart, schwarze Mütze, schwarzer Trainingsanzug. Schwarz, auch jeder zweite Zahn in seinem Unterkiefer und die Harzstreifen am Papier seines zur Hälfte gerauchten Joints. Ihr raucht nicht mit, oder? fragt er die Sozialarbeiter. Wahrscheinlich denken die jetzt an den Aushang bei ihrem Büro, der davor warnt, dass das hiesige Gras besonders stark mit Chemikalien versetzt ist. Vielleicht bald, wenn es legal ist, antwortet der Sozialarbeiter mit spürbarer Lust an der Ironie dieser Situation. Yusuf schaut nachdenklich zu Boden, nimmt zwei kurze Züge und resümiert, wenn es legal ist, höre ich auf. Hab jetzt 30 Jahre hinter mir, nur noch eine Hälfte des Lebens übrig. Kiffen war ein großer Fehler. Das Feuer knistert das Holz klein, der Regen nieselt sechselnd durch den Park. Dealer holen Beutel aus Büschen und geben sie bald wieder der Natur zurück. Zwei Männer trimmen sich auf dem Sportplatz nebenan. Je mehr Yusuf raucht, desto schwalliger redet er vom muslimischen Zuckerfest und davon, dass die Reichen nicht vom Lamm essen dürfen, welches sie für die Armen schlachten. Alle Menschen würden lächeln, wenn es keinen Hunger mehr gäbe, schließt er. Ja, auch in der kriminellsten Meile Deutschlands segeln Kiffer Gedanken seicht. Vier junge Männer nähern sich der Feuerstelle. Der mit Abstand größte und auffälligste von ihnen in einer knallroten Daunenjacke geht Yusuf schon von Weitem an. Labert der wieder von Glück, Paradies und Gott? Hört Yusuf ja nicht zu, voila, von wegen mit allem aufhören wollen. Sportwetten, Weiber und fünf Gramm am Tag, das ist gerade Phase bei dem. Die anderen drei jungen Männer lachen über die Anfeindung, alle ebenfalls so berauscht, dass eigentlich nur kleine rotbraune Streifen anstelle ihrer Augen zu sehen sind. Die Streetworker lächeln ihr professionelles Grundgrinsen, froh über den Kontakt, in welchem Zustand auch immer. Der Mann in der roten Jacke lässt nicht ab. Halt dein dummes Maul, Yusuf. Türken sind überhaupt keine Muslime, voila. Wenn du so weitermachst, wirst du bald hier im Park liegen, reif für Krankenhaus. Ja und? Bei Gott, ich gehe lieber Krankenhaus als so weiterzuleben, setzt Yusuf kämpferisch und doch devot entgegen. Wie kann man nur so hart zu seinen eigenen Freunden sein, intervenierte Streetworker. Ich sage in der ganzen Zeit nichts, schaue Yusuf an, der erschöpft seine Mütze auszieht, unter der schütteres Haar zum Vorschein kommt. Obwohl ich ihm kein Wort glaube, hat dieser Typ etwas Unschuldiges an sich, unausgesprochenes zumindest. Wie diese ganze Straße, was mich auf nahezu idiotische Weise rührt und fasziniert und abstößt und dann wieder rührt. Ich gehe mal besser heim. Keine 50 Meter von meinem Haus entfernt lodert allerdings ein weiteres Feuer, diesmal eine brennende Mülltonne, die Flammen so groß wie ein Smart. Das waren die Linken bei ihrer Demo, klagt ein Imbissbetreiber verständnislos. Warum denn bei uns? Hier sind gar keine Nazis. Während seine Kollegen mit Jogurteimern voll Wasser heraneilen und löschen. Auch eine hiesige Moschee wird wegen ihrer Verbindung nach Ankara an diesem Tag attackiert. Dabei sollte es eigentlich um rassistische Polizeigewalt bei der Demo gehen. Als die Feuerwehr anrückt, spült sie nur noch alibimäßig nach und hakt ein wenig im dampfenden Dreck herum, ob nicht irgendwo noch ein Flämmchen dümpelt. Zu spät, rufen die herumstehenden Männer, nicht ohne Stolz die Sache selbst geregelt zu haben. Deutschland für uns immer zu spät, weil wir fremd. Die Feuerwehrleute sprechen dann mit niemandem weiter ein Wort und fahren wieder. Auch die Schaulustigen verlaufen sich in alle Richtungen. Der Gestank verbrannter Plaste und allgemeiner Fremdheit liegt in der Luft, was mich emotional wieder etwas in meine schrecklich nette Straße eingliedert. Das war der zweite Teil. Und nun kommt der dritte, der genannt ist Neue Zeiten. In meiner schrecklich netten Straße brechen neue Zeiten an, glaube ich, wobei diese neuen Zeiten ziemlich gebrechlich sind, glaube ich ebenfalls. In der vermeintlich kriminellsten Mahler Deutschlands entsteht das modernste Schwimmbad Sachsens. 13 Millionen Euro Baubudget, Eröffnung 2024, ein 25 Meter Becken, sechs Bahnen, mehr der Möglichkeiten, lobpreist die Stadt Leipzig auf ihrer Webseite. Meine Freude jedoch hält sich in Grenzen. Schwimmen kommen Valley Eisenbahnstraße, allein im Januar gab es hier eine Schießerei, eine Messerstecherei, eine Verhaftung von zwei Männern mit einem Auto, vollgefälschte Impfausweise und Drogen, eine massive Razzia des Hauptzollamtes und eine kleinere Razzia vom Finanzamt in einer Spielothek. Die flinken Füchse vom Finanzamt haben eigens dafür die Bereitschaftspolizei mobilisiert. Das meiste davon habe ich paradoxerweise erst aus den Medien mitbekommen, zu Hause Orangen essend. Seltsames Gefühl, wenn die Kriminalitätsmeldung mit Örtchen illustriert sind, die einem zusehends vertrauter werden. Acht Verdachtsfälle illegal angestellter Ausländer steht in der Zeitung. Ah, mein Spätkauf, ob die schon Traubenscholler nachbestellt haben? Die Sache ist, dass jenes mehr der Möglichkeiten direkt von meinem Küchenfenster gebaut wird und dass der süße kleine Park am Otto-Runki-Platz dafür weichen muss. Dass etwas weichen muss, ist nebenbei bemerkt, ein elender Euphemismus für Zerstörung. Die Grünfläche ist schon gnadenlos umzäunt. Die wenigen Bäume, die noch nicht gefällt wurden, sind ein weiteres Mal eingezäunt. Es könnten sie jetzt noch Widerstand leisten. Sonst ist der vom Baggern bereits zerfruchte Boden mit Baumleichen übersät. Stammstummel ragen aus dem Grund, ein Klagelied schweigend. Und in der Mitte warten immer noch die Sitzbänkchen, was in diesen pandemischen Zeiten extra dystopisch anmutet. Ich mochte meinen alten Ausblick. Im vergangenen Sommer habe ich ein kleines Spiel mit ihm entwickelt. Je nachdem wie ich an meinem Küchentisch Platz nahm, konnte ich entweder vor allem die Kirschbäume im Park betrachten oder die Bahnhaltestelle. Natur oder Realitätszufuhr. Alles futsch. Dieser linken FDP-Regierung geht es doch nur noch um illegales Cannabis und fette Wasser rutschen. Ja, natürlich verstehe ich, dass ein Schwimmbad mittelfristig mehr Spaß bringt als Büsche und der Eisenbahnstraße gut täte. Diese angebrochenen Zeiten sind jetzt zum Brechen. Jetzt ist Pandemie, jetzt herrscht Existenzdürre, mein Park wird jetzt verschandelt. Ich teile diesen kindischen Trauertrotz mit den hiesigen Hunden, die nun um den Bauzaun herum trotten und auf die Trümmer ihres einstigen Territoriums blicken. Also setze ich mich so, dass ich die Haltestelle anglotzen kann, auf deren weißem Dach eine Bierflasche neben zwei Solarzellen dümpelt. Glotze die alte Dame an, die sich ihren Kragen zurecht nestelt, während am anderen Ende der Haltestelle drei Männer auf Türkisch streiten. Wobei eigentlich nur zwei debattieren und der dritte taumelnd versucht, den Entbrannten eine ablöschende Zigarette in den Mund zu stecken. Den schwarzen Boxer mit dem zum Dutt hochgesteckten roten Dreads glottig an, der lässig lacht, als die Bahn nach Paunsdorf ihn nicht mehr die Tür öffnet und abfährt. Die junge Frau im Base Cap, die ihre junge Kopftuch tragende Freundin zur Station bringt. Die mit Dreißigerin im Pelzmantel, die sich auf den abseitigen Stromkasten schwingt, der so dreckig und schmierig ist, dass man nicht mal mehr das Graffiti erkennen kann. Aber ich schweife ab. Denn an sich haben neu angebrochene gebrechliche Zeiten auch Gutes. Das sollte ich ebenfalls erzählen. Weil die Kneipen lange geschlossen bleiben mussten, hat meine schrecklich nette Straße temporär einen Umsonstladen bekommen. Der Verein Verschenkbox vergibt, wo sonst die Bar Goldhorn gegen Geld ausgoss. Klamotten, Spielzeug, Vasen, Schallplatten und vieles mehr. Man nimmt, was gefällt und spendet, was man kann. Julia Lösser kontrolliert die Impfzertifikate am Eingang und sortiert bald darauf Kleiderbügel in der urigen Kneipe Geschenkebox Atmo. Sie sagt, seit ich mich hier engagiere, habe ich gelernt, dass es Unmengen verschiedener Kleiderbügeltypen gibt. Die schlimmsten sind die aus Draht. Notorische Verhedderer sind das. Lösser lacht und zwar so souverän, als wäre Lachen eine Hauptbeschäftigung. Sie ist 37 und hauptberuflich Kindergartenerzieherin. Außerdem eine dieser Personen, die man einfach Jule nennen möchte, weil sie so selbstverständlich mit einem spricht und beseelt ihre Überzeugung teilt, dass die Kreiswirtschaft funktioniere, dass Dinge einen Wert haben und weitergegeben werden sollten. Ihre Arme, an denen verschieden lange Ärmel mit mehrerer Oberteile baumeln, irgendwie gleichzeitig ruhig und doch wieder aktiv vor sich verschränkt. Julia schwärmt, wie bereitwillig die Leute in unserer Straße in den Laden beschenkt und besucht hätten, wie groß die Neugier und wie divers der Zuspruch ist. Zu uns kommen Menschen aller Sprachen, Religion, Geschlechter und auch Einkommensklassen. Es ist einfach schön, das Gefühl zu haben, zur Eisenbahnstraße zu gehören, sagt sie. Eine ältere Dame tritt herein und ruft erst mal herrlich sechstisch, ne Mensch, hier sind ja mehr Leute als Produkte drinne. Eine genderfluide Person sucht sich seelenruhig mehr blaue Teetassen aus. Fünf Männer aus dem Irak, Kurdistan, wie sie nochmals betonen, finden Jeans. Einer steckt noch schnell ein deutsches Rezeptbuch ein, fast verschämt tut er das. Curtis Mayfield singt aus den Boxen Move on up und in der Spendenbox klimpert das konstant. Das ist cool hier. Ein Verschenkladen ausgerechnet in dieser schroffen Straße, die einem stets signalisiert, dass es hier nichts geschenkt gibt. Das hat schon was, sage ich. Findest du, fragt Julia, findest du, dass diese Straße einem nichts schenkt? Auf mein naja entgegnend, aber Begegnungen können doch auch ein Geschenk sein. Julia lacht über das leicht Pathetische ihres eigenen Satzes, sodass mir keine Gegenargumente bleiben. Die Eisenbahnstraße, sie sei so einzigartig wuselig, die wuseligste Meile Deutschlands, auch ein toller Titel. Wie wuselig und divers sie zukünftig bleibt, das hänge jetzt allerdings von den Immobilienbesitzern und deren moralischen Mietpreiskompass ab. Dabei haben wir bald das modernste Schwimmbad der Welt, krakele ich, Kirschblüten nachtrauernd. Ja, why not, entkernt sie meinen Punkt. Die Leute mögen das bestimmt und statt sich jetzt zu beschweren, muss man halt regelmäßig die Stadtratsbeschlüsse lesen und sich informieren, was für die nächsten fünf bis sechs Jahre so geplant ist. Jetzt zeigt Julia ein sozial suggestiveres so ein Du hast die Stadtratsbeschlüsse bestimmt nicht gelesen lächeln. Solche Dinge passieren ja nicht von heute auf morgen, sagt sie. Stimmt schon. Wie viele Zeiten können überhaupt anbrechen von heute auf morgen? Die sollen mal schnell mein Schwimmbad bauen. jetzt. Ja, herzlichen Dank für die drei Texte, für den ersten Leseblock. Man erkennt einen Blick von außen, aber gleichzeitig auch einen liebevollen Blick auf die eigene Straße, in der man ja auch lebt. Ich möchte zunächst jetzt noch mal fragen, was sie bewegt hat, über die Eisenbahnstraße überhaupt zu schreiben. Und vielleicht auch gleich noch mal die Anschlussfrage, haben Sie sich so über Vorurteile Ihrer Straße geärgert, dass Sie unbedingt schreiben mussten? Na ja, also wie ich vorhin versucht habe zu sagen, ich hatte das Gefühl, dass man in dieser Straße ganz schwer gerecht werden kann. Zum einen, weil man wahrscheinlich wieder nur von sich selbst am ehesten erzählt und zum anderen, weil die Medienlogik nun mal relativ kurzatmig ist. Aber wenn ich, als ich im Begriff war, dort einzuziehen und Bekannte aus der Straße gefragt habe, ob es wirklich so schlimm ist, haben sie gesagt, nee, na ja, geht. Und also ich stand vor so einer seltsamen Wand und ich habe es nicht verstanden. Und ich habe es erst verstanden, als ich in dieser Straße war, weil diese Wand einfach überall ist. Und die Straße ist wahnsinnig untypisch für Leipzig. Also Leipzig ist einfach nicht so international. Das ist jetzt in ein paar studentischeren Vierteln im Westen und Süden ist das ein bisschen aufgelockert. Aber dass es arabisch dominiert scheint zumindest. Das ist ganz selten. Und auch dass eine Straße aus Leipzig so sehr Leute von außen anzieht, aus anderen Städten, auch das ist sehr untypisch. Und gleichzeitig ist es eben zeitgeschichtlich in einem Bundesland, wo die AfD stärkste Kraft ist. wiederum in einer Stadt, die als liberaler Leuchtturm Ostdeutschlands gilt. Und ich fand es total wert, mich dieser Mauer, von der ich gerade gesprochen habe, zu nähern. Und zwar eben nicht in dieser Logik, dass Spiegel TV für zwei Tage kommt und irgendwie grimmige Leute filmt und wie der fährt und daneben spielen Kinder, aber die werden nicht mitgefilmt, sondern als einer, der da lebt. Als einer, der mit dem Ort mehr oder weniger verwächst, bestenfalls. Und was Vorurteile gegenüber Ostdeutschland, gerade in der Berichterstattung angeht, bin ich immer ein bisschen im Dilemma, weil ich einerseits oft finde, dass es nicht kritisch genug ist und gleichzeitig, aber wenn es dann sehr scharfe Kritik ist, gleichzeitig denke, ja, aber es kriegen auch die falschen Leute auf die Fresse, nämlich genau die, die unter erschwerten Bedingungen politische Arbeit machen, die kriegen da wiederum nicht genug Kredit. Und was ist ihnen nicht kritisch genug in der Berichterstattung? Ach so, das ist ganz leicht. Also ich habe schon Texte rausgestrichen, also aus meinen Texten rausgestrichen bekommen, dass die AfD faschistisch ist. Ich habe oft genug Weichzeichner für Nazi-Gewalt gelesen und einfach auch selbst einige Kollegen aus der Zeit haben Legida und Pegida zeitweise als so eine Avantgarde beschrieben und da raste ich aus. Sie schreiben ja auch im Prolog, dass Sie selber auch Vorurteile hatten und niemals ziehe ich hier in diese abgefuckte Straße, war glaube ich der Wortlaut. Was sagen Sie denn jetzt, nachdem Sie dort gelebt haben? Lassen sich Ihre Vorurteile revidieren? Wie blicken Sie jetzt auf die Straße? Also ich würde diese Frage noch ein bisschen hinten anstellen. Ja, gerne. Es kommen noch zwei Teile. aber ich habe relativ früh festgestellt, dass oder anders, als ich damals gesagt habe, ich würde nicht in diese Straße ziehen, dann war das so aus der Perspektive, also ganz offensichtlich gibt es ja Probleme. Es gibt Armut, es gibt Drogenhandel, es gibt das organisierte Verbrechen und ich fand es seltsam, dass so viele Menschen das hip finden in diesem Umfeld zu leben und sich in gewisser Weise damit schmücken, das fand ich nicht in Ordnung. Beziehungsweise, ich glaube, das schwingt hier nicht mit, aber ich muss es nicht so vorstellen, da ist diese große Hauptstraße, wo drei Straßen in Berlin langfahren, das ist die Eisenbahnstraße und das ist so, sagen wir, das ist das kleine Damaskitz, aus operativen Zwecken kurz so und daneben die Seidenstraßen, das ist dann schon wieder so Baden-Württemberg und da leben halt auch vor allem einfach zugezogene weiße junge Leute und da passiert eine gewisse Segregation und zwar auf kleinstem Raum, also nicht auf Stadtviertel verteilt und dann teilweise von Straße zu Straße und gleichzeitig war ich aber natürlich genauso in gewisser Weise Teil dieser Dynamik, also ich ärgere mich da über die Hipster, die ihre Falafel-Altbauträume ausleben, gehe dann in den Späti und rufe zu meinem Freund, ach guck, sie haben auch Cider und lache dann über die Crackpipe, die an der Kasse verkauft wird und dann guckt mich aber der Verkäufer an und vor diesem Späti stand eben auch ein riesiger weißer Benz und an der Kasse sitzt halt so ein Typ in super guten Klamotten, der jetzt auch nicht irgendwie Gastronomie, Fachwirtschaft studiert hat, glaube ich, so und sieht, wie ich über diese Crackpfeife lache und fasst mich mega düster ins Auge und ich fange an so mich zu rechtfertigen und sage, oh sorry, ich bin gerade noch hier eingezogen und suche nach dem Späti meines Vertrauens und sage, ja wie gesagt, ich bin neu in der Eisi und er glotzt mich einfach so an und sage, aha, viel Glück. Am nächsten Tag habe ich dann eine Hausratsversicherung abgeschlossen. Ja, also natürlich bin ich irgendwie auch ein Fremdkörper und gucke auf diese Straße von außen, aber auch das fand ich beschreibenswert. Und auch als Journalist hat man auch noch mal eine andere Brille auf, also noch mal dazu. Ich finde das ganz spannend, was Sie erzählen zu Leipzig. Wenn ich an Leipzig denke, dann ist es eben eine Großstadt, eine lebendige, eine junge Großstadt, wo man toll studieren kann, günstig wohnen kann, in tollen Altbauten, genau, was irgendwie mit dem anderen Bild von Sachsen wenig zu tun hat, tatsächlich. Und ich bin da auch noch mal über einen Begriff gestolpert, den Sie in den Texten auch beschrieben haben, so die Frage Armut als Lifestyle. Und da würde ich gerne noch mal nachfragen, was Sie da mitgenommen haben. In der fünften Folge, da ist so eine Szene, die greift das ganz genau. Es tut mir leid. Dann machen wir das. Also es gibt so einen Moment, da wird das sehr griffig. Alles klar. Gut. Dann möchte ich noch mal so ein bisschen zurück in die DDR und noch mal nachfragen, ob Sie auch mit Leuten gesprochen haben. Also Sie leben ja oder Sie lebten ja selber jahrelang in Leipzig, sind dort aufgewachsen und haben sicherlich auch viel noch mal von dem Erbe und auch in den Erfahrungen von den Ostdeutschen mitgekriegt in Leipzig und würde da gerne auch noch mal fragen. Sie haben auch erwähnt, dass die Eisenbahnstraße auch in der DDR schon eine verschrieene Straße war, sage ich jetzt mal. Ja, wie sind die Spuren in der DDR? Also sieht man die in der Eisenbahnstraße? Was können Sie uns da noch erzählen? Ja, interessante Frage. Also es gibt eine Folge, die ist dann nicht erschienen. Da war ich beim ja dienstältesten Betrieb in der Eisenbahnstraße, beim Optiker Maul. Die sind irgendwie seit 1950 oder so dort als Familienunternehmen und die betrachten das, was nicht unmittelbar nach der DDR, aber was jetzt passiert, als aufblühen. Und die sagen, also wir hatten hier noch nie ein Problem in all der Zeit. der Herr Maul, der schon in Ruhestand ist, der hat gesagt, in Mailand wurde ich ausgeraubt, aber nicht hier. In Mailand haben sie mich abgezogen. Und also die sehen natürlich auch, dass sehr viele Menschen aus dem Ausland gekommen sind, also für sie Ausland, aber haben total von der Kooperation geschwärmt. Mit Kooperation meine ich einfach, dass neben ihnen ist das Brothers Café, das ist so ein sehr, sehr beliebtes türkisches Café, die wiederum auch clever waren, die jetzt sowohl türkische Küche als auch Burger und Pizza am anderen Ende verkaufen und einfach so alle Klientel dieser Straße ansprechen. Und also die betonen vor allem die soziale Kooperation und die ärgern sich, dass ihre Freunde aus der DDR-Zeit diese Straßen so ächten, dass die teilweise, wenn die vorbeifahren, bei den Autotüren die Sicherungen runterklappen. Und so etwas Ähnliches, die Folge ist leider auch nicht erschienen, hat man mir beim Seniorentreff erzählt, der ist so schräg gegenüber, dass da einige Menschen sind, die da ganz normal ein- und ausgehen und mit ganz normal meine ich eben, dass direkt neben ihnen die Büsche sind, wo die meisten Drogen versteckt werden. Also man hat hier den Seniorentreff und hier ist der Busch, wo das meiste Crystal liegt. Und das ist aber auch, sie Freunde haben, von denen niemand in diese Straße kommen würde. Und ich tue mir auch deshalb ein bisschen schwer mit der Frage, weil dieses Erbe schwer aufzuspüren ist in der Straße. Klar, also von der Bausubstanz natürlich ein bisschen, aber da bin ich auch kein Experte. aber auch rein demografisch. Ich habe noch nie in einer Straße gelebt, wo man so wenig deutsche Rentner spazieren sieht. Die Straße ist unglaublich jung und wenn es alte Menschen sind, dann sprechen die Arabisch oder Türkisch. Aber so von deutschen Senioren habe ich da ganz wenig gesehen. Spannend. Wenn wir so ein bisschen jetzt mal ins Politische gehen und uns auch das Thema Stadtentwicklung anschauen. Sie haben das ja jetzt so beschrieben, also die Eisenbahnstraße ist keine typische Straße für Leipzig. Es gibt baden-württembergische Verhältnisse außenrum. Vielleicht einfach mal so Ihre Einschätzung, wie sollte denn Integration in der Stadtentwicklung aussehen? Haben Sie da eine Idee? Na ja, im Falle der Eisenbahnstraße ist ja ein bisschen die Frage, wer integriert wen und worin? Ich, also was auf jeden Fall Stand jetzt auf die Straße zukommt und im größeren Sinne eigentlich auf die Stadt Leipzig ist einfach, dass die Mieten krass steigen werden und da Verdrängung stattfinden wird. Also wenn Sie zu Leipzigern heute sagen, na ja, in Leipzig sind die Wohnungen ja noch bezahlbar, die greifen sich ja in den Kopf, weil die sind im gesamtdeutschen Vergleich bezahlbar, aber die sind ja dennoch gestiegen, während die Reallöhne überhaupt nicht gestiegen sind. Also das ist überhaupt nicht das Leipziger Empfinden. Und ich bin mir nicht sicher, wie das in Leipzig dann auch, also in der Eisenbahnstraße aussehen wird. Ich glaube, eine Menge Familien dort, die da eben auch ihre Geschäfte haben, haben die Grundstücke gekauft. Das heißt, das ist nicht so leicht verrückbar, glaube ich. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele Gebäude, wo total viel passiert. Und das bedeutet, also wenn man, um konkret zu sprechen, das kann sein, dass hier ein superschickes Café ist, mit fein sanierten Wohnungen und gegenüber ist ein leerstehendes Haus, wo die Leute Crack rauchen. Und also das ist so ganz asymmetrisch, wie sich das so von Haus zu Haus entwickelt. Und ich weiß nicht genau, was die Stadtpolitik da ist, aber von dem, was ich beobachtet habe, wie soll ich das sagen, also es ist zum Beispiel kein guter Indikator, dass diese Schilder nicht weggeräumt wurden, obwohl es keine Waffenverbotszone mehr ist. Also so geht man eigentlich nicht mit einer Straße um, mit der man was Gutes vorhat und der man gerecht werden will. Andererseits wird dieses Schwimmbad da jetzt gebaut. Sie können sich nicht vorstellen, wie absurd, dass es diese riesige Baustelle da plötzlich, daneben ist noch mal Platte und gegenüber ist der Juwelier Dubai. Also es ist noch sehr chaotisch, aber meine Beobachtung und meine Intuition ist, dass das Kapital schon ein bisschen drückt und dass der Straße da wahrscheinlich relativ schmerzhafte Prozesse bevorstehen. Ich weiß aber nicht, wie schnell und wie bald. Sie beschreiben ja auch, dass Sie mit den Anwohnern und Anwohnerinnen der Straße ins Gespräch gekommen sind, natürlich klar als Nachbar, aber auch als Journalist, diese Zuschreibung, die kriminellste Meile Deutschlands, wie haben denn die Anwohnerinnen darauf reagiert, diese Zuschreibung zu bekommen, also die Straße, in der sie leben? Ja, ich gebe ein paar Beispiele. Mein erstes Beispiel ist, es gibt, meine Lieblingsnachbarschaft in der Eisenbahnstraße ist der Juwelier Dubai neben Messerschmidt, die sind unmittelbare Nachbarn und der Juwelier Dubai wollte nicht mit mir sprechen, der hat mich für einen Bullen gehalten. Also das Interview war schnell erledigt und die Dame von Messerschmidt, die hat mir gesagt, dass das total schade sei, dass die Straße so ein Verruf ist, dass sie auch ganz viel gemacht haben, um das zu ändern, auch mit der Presse gesprochen haben, um das zu ändern und dann ist genau das Gegenteil rausgekommen. Also da schwang so eine gewisse, so ein Misstrauen und eine Medienmüdigkeit mit und da kann, da konnte ich noch 50 Mal sagen, ja, aber ich habe genau das Gegenteil vor, so, das Kind war im Brunnen. Beim Optiker Maul habe ich auch ziemlich lange angearbeitet, um das Interview zu kriegen. Dann habe ich es gekriegt und dann wollte aber die Redaktion eine andere Folge und dann ist das auch nicht erschienen. Dann gibt es schon Leute, die damit kokettieren, also die Dealer im Park finden das nicht uncool. Wobei ich da wiederum gelernt habe, dass die teilweise gar nicht aus der Eisenbahnstraße kommen, sondern dass es Dealer-Tourismus ist. Eben auch, weil wiederum andere gehört haben, dass sehr großer Zuzug von jungen Menschen aus Deutschland ist und die wollen natürlich ein bisschen Party machen. Das heißt, es führt auch zu Dealer-Zuzug von außen, was wiederum zu Konflikten führt, was wiederum dazu führt, dass die Strafstatistik der Eisenbahnstraße anwächst, obwohl alles extern kam. Ja, also ich glaube, dass so wenn wir kurz das Wort kriminell weglassen, sagen wir, es gibt eine gewisse Unnormiertheit. Das kann sich auch anders ausdrücken, das muss gar nicht gegen das Gesetz gehen, das kann auch nur so sein, das leckerste Restaurant da, der Damaskus-Grill, macht das Essen immer anders. Ich habe noch nicht ein einziges Mal das Essen auf die gleiche Art bekommen. Irgendjemand wirft da mal Schafkäse drüber, manchmal gibt es Reis, manchmal gibt es... Ich bestelle immer das Gleiche, ich kriege immer ein anderes Essen. und das war bis... Das ist irgendwie geil. Und das war bis vor kurzem nicht normiert und jetzt liefern die aber. Jetzt haben sie sich an die Lieferdienste gekoppelt und jetzt haben sie eine neue Verpackung und jetzt ist das Essen standardisiert. Und es war aber auf eine gewisse Art natürlich total sexy, nie zu wissen, was man kriegt, weil es für viele Punkte in dieser Straße so steht, weil es eben noch nicht so, ja, letztlich von Geld standardisiert und durchdekliniert ist. Und das ist, glaube ich, anziehend für viele. Und, naja, aber dadurch, dass diese Anziehungskraft entsteht, verschwindet eben das, was anzog. Alles klar. Lassen Sie uns noch ein bisschen was lesen. Ja. Teil 4 und 5. Teil 4 ist übrigens mein Lieblingsteil. Wunderbar. Endlich Sommer. Was ist meine schrecklich nette Straße doch lebendig im Sommer. In der sächsischen Sonne strahlen die Waffen Verbotsschilder wie Orangen der Ordnung. Und der Kot, mit dem sie zwischenzeitlich beschmiert wurden, bröckelt, vertrocknet ab. Die Nachbarschaft tummelt, bummelt, rummelt und fummelt umher. Unter den Kirschbäumen in bunten Büschen bergen die Dealer ihre Früchte. Auf meinem Balkon riecht es konstant nach gebratenem Fleisch. Bald sollte ich imstande sein, die Duftwolken dem jeweiligen arabischen Grillhaus zuzuordnen. Am längsten und liebsten verharren alte Herren an den Imbiss-Tischen. Hölzerne Gebetskettchen über ihre Handballen rollend erklären sie einander ewig die Welt und schlürfen dabei schwarz und schei, als enthalte er aufgekochte Zeitlosigkeit. Dann sind da noch die boomenden Gemüse-Basare. Samstags finden zwei zeitgleich statt, auch noch fast genau einander gegenüber, um das, obwohl hier ein Dutzend Läden allzeit bereitstehen, prächtig bestückt mit allerlei gesundgrünen. Die vermeintlich kriminellste Straße Deutschlands hat vermutlich den höchsten Auberginen pro Kopf Verbrauch des Landes. Nicht nur ernähre ich mich gesünder, seit ich in der Eise lebe, ich treibe auch mehr Sport. Basketball auf dem Freiplatz beim Rabitpark. Letztes Jahr hatten Sportsfreunde mehrmals versucht, mein Zeug zu klauen, während ich spielte. Sie tauschten sich angeregt aus, während sie einen Ring um meinen Rucksack bildeten und ihnen immer enger zuzogen. Aber ich habe mich angepasst und nehme einfach nichts stehlbares mehr mit. So kann ich sorglos mein Bällchen werfen. Neulich beispielsweise mit Lukas aus Polen, Glatze, Spinnennetztattoo am Ellenbogen, RB Leipzig Trikot und Arbeitsplatz an der Kasse bei Rive. Oder auch mit Sue, der in bunter Hippie-Punk-Kleidung, rissigem Halstuch und schweren schwarzen Stiefeln rumspringt, Drachen, Uhren, Tempel und sonst was auf Arme und Beine sowie Hörner auf die Stirn tätowiert. Wirklich netter, zugänglicher Kerl, dieser Sue, der lieber abgibt, als selbst zu werfen. Nicht zu vergessen Igor, ein riesiger schwarzer Typ, an dem alles lässig hängt und baumelt, die schiefe Haarpalme aus seinen Dreads etwa oder die dünnen Kopfhöhre. Ständig fällt ihm sein zerbeultes Telefon aus der Tasche. Igor, kannst du immer einen unerwarteten Pass zuspielen. Er fängt den Ball, als hätte er ihn erwartet. Absurd eigentlich, wie einfach soziale Kooperation zustande kommt, sobald ein Bällchen Struktur gibt. Während wir spielen, führen Leute um uns herum ihre Kinder zum Spazieren aus, kloppen sich pubertierende Prolls, andere kaufen Crystal Mev, sammeln Flaschen, Kickboxen oder drehen Tanzvideos für TikTok. Von überall wärmt Musik Der Sommer Der Sommer Der Sommer In der Eisi Herrlich Leben In deiner Straße eigentlich auch Frauen? Fragte nun Emmy in diese Herrlichkeit hinein. Als ich für etwas mehr als einem Jahr in die Eisenbahnstraße zog, stand mein Herz leer. In dieses Herz ist Emmy eingezogen. Verstehen wir uns nicht falsch? Emmy mag die Eisenbahnstraße. Sehr sogar. Sie freut sich regelmäßig über die himmlischen Hähnchen beim Damaskus Grill, stöbert lustvoll nach Anhängern beim Juwelier Dubai, der dadurch endlich aufgehört hat, mich für einen verdeckten Bullen zu halten und uns wohlwollend aus seinem schwarzen Vollbart heraus anlächelt. Auch schmachtet sie nach dem aserbaidschanischen Granatapfelsaft, den es fast nur hier gibt. Sie hat ihn sogar zum Wundermittel gegen Erkältung erhoben. Aber sie konsterniert auch weiter konsequent, dass diese Straße von patriarchalen Strukturen dominiert sei. Während ich noch lustbrummend Hähnchen kaue, sagt sie ausspuckend, sieh dich um Dima, ich bin die einzige Frau im Lokal. Das stimmt, nicht nur an diesem Tag. Wo sind die Frauen der Eisenbahnstraße? Wann essen sie ihr arabisches Während ich kurz die Sonnenbrille oben in der Wohnung hole, grabstirmernd Emmy an den Hintern. Sie erwidert auf solche Schweinereien weiterhin sachlich Kompliziertes, dass sie genau aufgrund solcher Vorkommnisse Intersektionalität die Gleichzeitigkeit verschiedener Diskriminierung also für eine extrem wichtige Perspektive halte. Weil beispielsweise ein arabischer Mann in Deutschland sowohl zu den gesellschaftlich Unterdrückten als auch den gesellschaftlich Unterdrückenden zählen kann. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht recht, wie ich mich nun in meiner scheinbar schrecklich patriarchalen Straße verhalten soll. Besonders mit Emmy, aber auch ohne Emmy ist ja keiner frei in der EISI, bis wir nicht alle frei sind in der EISI. Ironischerweise hat ausgerechnet Emmy den penetrantesten Patriarchen selbst in die Eisenbahnstraße eingeschleppt. José eine Mischung aus Bolonka Zvetna und Pudel. Als Therapiehund wegen charakterlicher Ungeeignetheit aussortiert, ist José einfach ein kleines egomanes Aas, das sämtliche Weibchen besteigen und alle Konkurrenzrüden totbeißen will. José denkt null daran, auf dem Bürgersteig irgendwem Platz zu machen, was ganz besonders die älteren Herren zu triggern scheint, wenn sie denn doch mal von ihren Welterklärstühlen aufstehen und ihre ewigen Wege gehen wollen. An einem herrlichen, sagen wir lieber an einem wunderschönen Sommertag für alle Menschen gehen wir drei in den Park. Kurz verweilen wir bei einer Haustür, weil sie riesig und orange mit einem feministischen Symbol besprüht wurde. Ist es ein feministisches Symbol für sich genommen? Emmy bewundert das feministische Werk Der Pudel Proll pisst es an. Die Pforte öffnet sich und zwei angepisste Dealer starren uns an, gucken irritiert zu mir und ich jeweils abwechselnd zu ihnen und dem Hund, schlagartig in die Rolle eines Unterhändlers gezwängt. Im Park angekommen finden wir endlich die ganzen Frauen im Grüppchen mit den Kindern für sich, also zumindest die nicht weißen Frauen, während ihre weißen Pendants und 80er Klamotten mit einer Hand Badminton spielen und mit der anderen rauchen. Es gibt hier alle möglichen Menschen, das ist ja das einzigartige in dieser Straße, ganz fucking besonders in AfD Sachsen. Es gibt hier sogar einen Bussard, der über uns kreist und das scheinbar auf José abgesehen hat. Eine Vorstellung, die nicht all meine Empfindungen in Entsetzen trinkt. Emmy rennt barfuß los und rettet José aus dem Radar des Räubers. Irgendwann fällt Emmys Blick auf einen arabisch sprechenden Mann unweit von uns, der auf einer Picknick Decke herumwerkelt. Er hält den mitgebrachten Grill heiß, schnippelt Gemüse, gießt Fruchtsaft in pinke Becher, raucht eine Shisha an, ruft seine beiden Söhne. Emmy beobachtet ihn und sagt fast etwas sehnsüchtig Was muss das für eine tolle Vater Figur sein, der sich so sehr um alles kümmert, wie schön das ist. Ein Vorbild, ein Gegenbild, vielleicht auch nur ein Einzelbild. Das ist die vierte Folge. Tja und nun fast nicht ganz legal und noch unredigiert frisch aus meinem Blog das Finale. Herr Petersburger von der Immobilienfirma ist schon 20 Minuten zu spät zur Wohnungsübergabe, so dass ich und das junge Pärchen aus Zwickau, die Nachmieter, uns immer unbeholfener in den leeren Räumen umkreisen. Ich ziehe wieder weg aus meiner schrecklich netten Straße und bin etwas neugierig, was Herr Petersburger wohl für einer ist. Am Telefon sprach er mit schwerer, tief belegter Stimme, gleichzeitig aber ganz zart, fast hauchig und in der Wortwahl melodramatisch. Das schaffen wir vereint. Entgegnete er beispielsweise, als ich mitteile, dass meine Mutter sämtliche Ersatzschlüssel verloren hat. Was sie weiterhin abstreitet. Es war auch gar nicht so leicht, Nachmieter für die Eisenbahnstraße zu finden. Ein Manager aus Erlangen, der nun in einem größeren Leipziger Betrieb anfängt, sagte die Besichtigung ab, nachdem ich erwähnte, hier sei die Arabische Straße. Aus dem Bekanntenkreis bekam ich Miet gespiegelt, dass 670 Euro warm eine recht teure Zweizimmerwohnung für Leipzig sei. Vielleicht lag es schlicht daran, dass die Küche einigen Abstand kostet. Abstand, was für ein kühler und doch emotionaler Begriff für ökonomische Transaktionen, nicht? Ein junger Mann, kürzlich aus der psychiatrischen Klinik entlassen, kam mit den Worten, die Wohnung unbedingt zu wollen, aß etwas hiesiges Backlauer mit mir, nahm die Wohnung nicht und ließ sich wieder in die Klinik einweisen. Endlich sagte eine mittelalte Frau aus Dresden zu, ich liebe die Eisenbahnstraße, ich will unbedingt dorthin zurück. Nur sie hatte einen Hund, einen beachtlichen Bernardiner. Das gehe nicht, blockte der Eigentümer. Angesäuert telefonierte ich mich nach Bayern zu ihm durch, wo der Sepp gerade im Garten saß und macht moserte, na, ein Hund im Haus ist mor nicht, suchen es mal weiter. Nun ist es also dieses junge Glück aus Zwickau geworden. Beide erst bei den Eltern ausgezogen, ihre erste eigene Station. So süß. Sie möchte Architektur studieren, er heute eigentlich noch zum Fußballtraining. Nur von Herrn Petersburger fehlt weiter jede Spur. Inzwischen sind auch schon zwei ihrer Kumpel dazugekommen, die Möbel reintragen wollen. Geil Alter, jetzt in der Heise Kornon, richtig edel. Ihr Überschwanger erinnert mich an einer meiner ersten Abende hier. Ich stand gegenüber vom beliebtesten Späti der Straße und stopfte mir einen mittelmäßigen Döner ins Gesicht, einen skatenden Hipster mit grünen Haaren beobachtend, der rücklinks hinflog, liegen blieb und umgeben von Dreck und Glasscherben loslachte, als hätte er hier und zwar genau hier die Zeit seines Lebens. Während keine zwei Meter von ihm entfernt eine junge, schockierend ausgemergelte Frau Quack kaufte und in ein unbewohntes Haus schlich, um es sofort aufzurauchen. Dem Hipster hätte ich da am liebsten auf die Fresse gehauen. Wieso macht dich die Armut hier so glücklich, du Wichser? Ist es hier der baden-würbenbergische Ostporno? Aber für diesen Gedanken, die Vorverurteilung darin, war ich selbstredend nicht weniger Arsch. Denn was machte ich hier eigentlich? Der Hipster mit den grünen Haaren stand dann jedenfalls auf und bewegte sich in einer Art Tanz auf einen der weißen Mercedes Jeeps zu, die hier vorzwielichtigen Core-Shops und Cafés parken. Dabei so tun, als wollte er mit seinem Skateboard die getönten Scheiben einschlagen. Wahrscheinlich werden die jungen Leute aus ganz Deutschland, die diese Straße immer stärker anzieht, hier noch einige Glass-Sealings und Mietdeckel einschlagen. Die Zukunft gehört der Jugend, der Wohlhabenden, die woanders aufgewachsen ist. Dabei werden andere Familien hier unausweichlich alt aussehen, denke ich. Wo bleibt bloß Herr Petersburger? Ich setze mich auf den Balkon. Was habe ich diesen Balkon lieben gelernt? Also nicht, dass es dazu geführt hätte, dass ich ihn pflege oder wenigstens ein dummes Pflänzchen aufstelle, aber rechts das abgebrannte Haus, gegenüber das besetzte Haus mit der kleinen, aber feinen Müllhalde, Unkraut und die sächsischen Sterne über uns. Ironischerweise habe ich diesen Balkon erst so richtig ins Herz geschlossen, seit es Emmy gibt, seit ich weiß, dass sie drin sitzt und auf mich wartet. Wegen ihr ziehe ich weg. Die Eisenbahnstraße und ihre vermeintliche Härte hatten nichts damit zu tun. Im Gegenteil, es tut weh zu gehen. Ich werde die Nüsschen vom Hachi-Baba-Shop so krass vermissen. Diese scharfe Gewürzmischung, mit denen die Pistazien, Mandeln und Cashews überzogen sind. Sucht ist gar kein Ausdruck. Man könnte mir entgegenschreien, dass in zehn Minuten Nazis das Haus stürmen. Solange ein Beutel mit diesen Nüsschen vor mir liegt, werde ich weiter da hocken und davon fressen. Mir wird auch die unverwandte, respektvoll verächtliche Art fehlen, wie die Kassiererin im Kopftuch mich immer ansieht, wenn sie mir die Nüsschen verkauft. Ich bereue ebenfalls nicht, meinen Halal-Schlachter vom Hachi-Baba-Shop gesprochen zu haben. Verkatert guckte ich an einem regnerisch gewöhnlichen Werktag an seinem Schaufenster vorbei. Er, ein runder Mann vor etwa 50 Jahren, hielt in beiden Händen Schlachtermesser, ich, zwei jute Beutel mit ausgesoffenem Bier. Einige Sekunden haben wir uns angestarrt und sind dabei unversehens in die Welt des Anderen geplumpst. Das war irgendwie sehr ehrlich. Mindestens viermal habe ich seitdem versucht, ihn nach seinem Leben, seiner Sicht auf diese Straße zu befragen. Ebenso oft ist das gescheitert. Immerhin einmal habe ich den Schlachter einen Witz erzählen gehört. Für gewöhnlich zieht er sich ergrimmig die Kapuze über seinen Kopf und jagt Hack durch den Fleischwolf. Ich versuchte daher die Gunst der Stunde zu nutzen und lachte einfach mit über den auf Arabisch erzählten Witz. Wurde dafür aber sofort irritiert von den Umstehenden ins Auge gefasst, die nun nicht mehr lachten. Überhaupt spürt diese Straße sehr deutlich, wer organisch zur Community gehört und wer nur für einige Kolumnen oder Späti Besuche anfranst. Nun, da ich die Eise wieder verlasse, scheint sie nur recht daran getan zu haben, sich nie richtig zu öffnen. Endlich stürmt Herr Petersburger Theatralisch herein, keuchend, als hätte der Wind des Widerstandes ihn noch an der Pforte gematert. Verzeihen Sie, verzeihen Sie mir doch. Das Zeremonielle, es ist ihm in den massiven, irgendwie ungelenken Leib gelegt, der nicht weniger ungewöhnlich wirkt als seine Stimme. Wir haben uns heute hier versammelt, beginnt Herr Petersburger bald priesterlich vor mir und den vier 18-Jährigen aus Zwickau, um diese Wohnung von Ihnen Herr Kapittelmann an Sie, wie Sie hier stehen, zu überreichen. Amen. Ein wirklich menschenfreundlicher Wohnungsübergeber, nahbar, außer vielleicht beim Ablesen der Zähler im Keller. Ich will hier schnell wieder raus, hier ist es eklig, ruft er. Ich schwärme immer noch von den vielen Vorteilen der Wohnung, es müsste ich sie vermitteln. Aber es ist ja wahr, sie ist toll, Keller, Schmeller, Kürbisteller, es war toll. Da fragt meine Nachmieterin dann doch noch, ob es stimme, ob die Eisenbahnstraße wirklich so übel sei, wie man hört. Ich ziehe Bilanz. Kriminelle, die sich kurz nach dem Einzug als Angestellte der Telekom ausgeben, in die Wohnung möchten und nachfragen, wie viele Personen denn eigentlich im Haushalt leben. Junkies, die einem durch die Tür folgen, wenn man sie nicht schnell genug hinter sich schließt, um im Hinterhof zu fixen, respektive schon im Hausflor, wo sie dann zugedröhnt liegen bleiben. Grünes Laternenlicht vor dem Fenster, damit die Drogensüchtigen ihre Venen nicht sehen und sich dort nicht spritzen können. Prostituierte, Junge, wahrscheinlich nicht mal volljährige Frauen, die mit Greisen, Freiern in gammligen Gebäuden oder gleich Verrichtungsboxen verschwinden. Blaulicht jeden Tag, ganze Kampfeinheiten der Polizei, die die Haltestellen stürmen. Kurzum, die ungute, würgende Intuition, dass man ganz sicher in Gefahr gerät, wenn man nur lang genug hier stehen bleibt. Das alles ist mir erst in meiner neuen Straße passiert, im maximal mietbegehrten Berlin-Mitte. Und zwar innerhalb weniger Wochen. Das Jahr in der Eisenbahnstraße, der angeblich kriminellsten Meide Deutschlands, rechtsfreier Raum- und Waffenverbotstone, es war dagegen das reinste sächsische Beverly Hills. Nicht ohne Spannung, nicht ohne Befremdung, nicht ohne Neuinterpretation wegen dem Sexismus und patriarchalen Charakter, den Emmy hier entdeckte, nicht ohne Winkel, die man besser meidet, aber fast immer friedfertig. Inzwischen glaube ich fast, dass es sicherer ist, in Straßen zu leben, wo viel Geld gewaschen wird und die Kriminalität organisiert ist. Denn genau dort legen Verbrecher ja nachdrücklich Wert auf Ruhe und Frieden. Lebenswert und stets faszinierend eigen ist meine schrecklich nette Straße gewesen. Dabei bleibe ich. Danke und Au Revoir meine liebe Isi. Ja, wem mache ich was vor? Ich war schon wieder dreimal da, um Nüsschen zu kaufen. Alles nicht so schwarz weiß. Nehmen Sie nicht zu wortwörtlich, was in Zeitungen und im Fernsehen erzählt wird. Vor allem nicht solche Superlative wie die kriminellste Meide Deutschlands. Vielen Dank auch für den Einblick in den noch nicht veröffentlichten Text. Also ich kriege beim Hören oder auch beim Lesen bei dem letzten Text immer Lust auf diese Nüsse. Sie haben nicht zufällig was mitgebracht für uns? Selbst wenn, ich würde nicht teilen. Alles klar. Gut, dann müssen wir alle mal nach Leipzig fahren. Ich finde es spannend, in dem vierten Text wird Emmy eingeführt. Ich nehme an ihre Partnerin und sie hat noch mal einen anderen Blick auf die Eisenbahnstraße, vielleicht auch einfach einen Blick als Frau. Wenn ich ihre Texte so höre, dann sind da wirklich auch lustige Passagen dabei, da wird schön beschrieben, man hat schöne Bilder im Kopf, also nicht immer nur schön, aber man hat direkt Bilder im Kopf und genau, das ist aber manchmal auch lustig und wenn ich aber so ein bisschen über den Ernst dann auch nachdenke, auch als Frau, dann denke ich mir, puh, also das sind schon Situationen auch beschrieben, wo ich mich nicht sicher fühlen würde, also definitiv. Und ich würde gerne noch mal fragen, also die eine Frage stellen Sie auch im Text, wo sind denn die Frauen in der Eisenbahnstraße, wie sichtbar werden die? und auch noch mal nachfragen nach dem Grund für den Umzug, also weg von der Eisenbahnstraße. Ich würde gerne noch kurz diesen Begriff der Sicherheit aufgreifen. Gerne. In so einem ähnlichen Kontext wie die Frage wer integriert wen und worin. Ich als weißer Mann, der für einen Bullen gehalten wird, habe dann eine gewisse Sicherheit und Unsicherheit. Jemand aus, ein Mann aus Somalia zum Beispiel, der fühlt sich wiederum ganz anders, sicherer in dieser Straße, als sagen wir auf dem Volksfest in Bautzen. Und das können wir eigentlich auch geschlechtsübergreifend, also ich glaube eine arabische Frau fühlt sich in der Eisenbahnstraße deutlich sicherer als zum Beispiel in Chemnitz, wo Hetzjagden stattfinden oder wir können auch in den Westen gehen, nach Frankfurt, wo dieser Mann aus Somalia einfach erschossen wurde oder hier im Süden der Tankwart, der einen Mann darauf hingewiesen hat, dass er sich die Maske anziehen soll. Sicherheit ist sozial kontextualisiert, womit ich überhaupt nicht sagen will, dass natürlich Emmy da als Frau ein ganz anderes Gefühl hat, wenn da so eine Männergruppe steht, die einen nicht durchlässt. Natürlich. Die Perspektive habe ich nicht und die fand ich total wichtig zu zeigen. Ich würde aber in ganz kleinen Klammern sagen, gewalttätige Typen sind für mich jetzt irgendwie auch ein Problem. Ich fühle mich da ja auch nicht wohl. Aber ich verstehe natürlich, sie das noch in einem sexualisierten Kontext ganz unangenehm findet. Und gleichzeitig ich habe das jetzt lustig aufgeschrieben und mit dem Hund auch so ein bisschen weich gezeichnet, aber man muss halt so vorsichtig sein, wenn man das thematisiert. Weil wir reden hier so von wenigen Situationen. Das ist ja nicht der Dauerzustand, das ist nicht die ganze Zeit. Wir streunern da rum, gehen auf die Gemüsemärkte, kaufen irgendwie Goldkettchen Anhänger. Da sind wir aber wieder bei der medialen Darstellung, dass natürlich sich ganz viele Menschen aus den Texten genau das ziehen, was sie daraus ziehen wollen. Und wenn sie daraus eine patriarchale fiese Islamistenstraße machen wollen, dann ist denen das auch nicht so blöd, das aus meinen Text rauszubrechen. Und ich bin dann in der Position, dass ich sage, naja, doch, es ist patriarchal, es gibt sexualisierte Gewalt, Strukturen, die muss ich auch ansprechen, aber das Kontextualisieren, das ist halt, auch das Abstufen und Einordnen, das ist super wichtig. Und dazu braucht es halt Zeit und Ruhe. Und damit meine ich sowohl die JournalistInnen, die berichten, aber auch das Publikum. Also ich habe auch oft das Gefühl, sobald gewisse Reizwörter in Texten fallen, dann ist auch bei den LeserInnen vorbei. Und dann kommen diese Nuancen auch nicht mehr durch. Also ich finde das spannend, dass Sie als Autor, als Mann auch die weibliche Perspektive sozusagen mit reinbringen durch die Partnerin. Ich finde das spannend und ich meine, wir leben ja in einer patriarchalen Gesellschaft, unabhängig von der Eisenbahnstraße, wo es vielleicht nochmal anders ausgestaltet ist. Aber von daher finde ich das super Kompliment. Danke. Ich gucke jetzt mal in Ihre Richtung. Überlegen Sie sich gerne fragen. Genau, Wasser haben wir auch noch. Bitte schön. Und ich gucke auch mal in den Chat. Und ich habe aber ja noch zwei Fragen, die jetzt nach hinten gestellt wurden. Nämlich einmal zu dieser Frage Armut als Lifestyle. Da kommen ja verschiedene Personen vor. Jetzt kam der skatende Hipster vor. Und ganz am Anfang, das war eigentlich eher so die Person, die mich mehr getriggert hat, sag ich jetzt mal, war diese Frau aus wohlhabender Familie, die mit zerschlissener Leggings durch die Gegend läuft. Und da würde ich jetzt gerne noch mal so auf diesen Themenbereich Gentrifizierung und eben auch so dieses Phänomen Armut als Lifestyle zu sprechen kommen. Ja, naja, also für mich war so der Moment, wo ich dachte, das muss ich ansprechen, das muss ich problematisieren, als da dieser Punk lag oder dieser Skater und also quasi ein Glasengel da gemacht hat im Dreck und sich so gefreut hat, das war für mich nicht nachvollziehbar und ich will ja auch überhaupt nicht so eine Stimmung mit diesen Texten kreieren, dass ich sage, oh, bleibt Helme, let's go ins, das ist gar nicht mehr ein Punkt, ich finde es ja schön, dass Leipzig halt so, dass da plötzlich Hebräisch zu hören ist und so, das ist sehr geil, aber es lässt sich halt schwer leugnen, dass für manche, die dazu ziehen, Armut ein Lockmittel ist, ein temporäres, also die niedrigen Preise, aber wie ich gesagt habe, eben auch diese, also wenn, ich glaube, wenn diese junge Frau, von der wir da sprachen, mit den zerfetzten Leggings und dem Pulli, so fällt die nicht zu ihren Eltern, das glaube ich nicht, das ist wie so ein soziales Kostüm und das kann man machen, das ist schon irgendwie legitim, aber ich verstehe auch, wenn das bei Leuten Unmut erzeugt, die tatsächlich arm sind, oder wie siehst du das? Ja, genau so. Sie, Entschuldigung. Ja, ja, finde ich auch, also, mich würde das auch ärgern, ich verstehe das total. Also, es ist ja auch spannend, Sachsen gilt ja auch als Niedriglohnland, die Frage, die sich ja auch stellt ist, was machen die Studierenden, jungen Menschen, die in Leipzig eine gute Zeit haben, ihr Studium abschließen, wo geht es danach hin? Gibt es auch eine Aufwärtsspirale, sage ich jetzt mal, für das Land und auch für die Stadt? Das finde ich, ist nochmal so eine interessante Frage, wenn man dann auch darauf schaut. Und natürlich auch nochmal so die Frage der Gentrifizierung, das beschreiben Sie auch in Ihren Texten, wer wird verdrängt? Die Frage ist auch, was mit dem neuen Schwimmbad passiert, wird es eine positive Entwicklung haben auf die Eisenbahnstraße? Kommen dann mehr junge Familien? Oder welche Entwicklung wird es haben? Also zum Schwimmbad würde ich gerne anmerken, ich habe bisher noch nichts von Rutschen gelesen, deswegen bin ich da skeptisch. Dann kommen keine Familien. Wahrscheinlich nicht. Also die Frage, und zwar jetzt auch schon seit einer Weile, mit all dem Zuzug nach Leipzig lautet, okay, aber wer bleibt nach dem Studium oder wer also so richtig eine wirtschaftliche Infrastruktur, so richtig viele mächtige Unternehmen oder sehr potente Unternehmen sind bisher nicht entstanden. Es gibt das Porsche-Werk, dann halt dieses Amazon-Zentrum, aber so richtig viel Industrie ist da ja nicht. Und das heißt, wenn Leipzig eher so ein Durchlauferhitzer ist, mit perfekten Studierbedingungen, dann glaube ich nicht, dass es die Spirale nach oben gibt. Was sich statistisch, wie gesagt, schon erkennen lässt, ist, dass die Mietbreite durchaus steigen, während die Reallöhne nicht steigen und jetzt diese 8% Inflation machen sich jetzt auch nicht viel besser. Also ich als jemand, der Leipzig in den, also mit 90ern erlebt, irgendwie betreten hat, dann die 2000er da verbrachte, 2011 weg ist, 2021 wiederkam, auf mich wirkt die Stadt ein bisschen wie so die Stadt des uneingelösten Versprechens. Man denkt immer, dass dieser große Sprung bald kommt, aber kommt halt nicht so richtig. Es gibt immer noch überall diese leerstehenden Gebäude, obwohl die Mietpreise steigen. Es gibt immer noch recht wenige Unternehmen, größere Unternehmen, die sich da ansiedeln und investieren, obwohl Leipzig ja so einen hervorragenden Ruf hat. Ja, weiß ich nicht tatsächlich. Aber ja, also die Frage würde ich im Kopf behalten. Ja, es kommen viele, aber wie viele bleiben und weshalb bleiben sie nicht? Ich blicke jetzt mal ins Publikum. Meine Kollegin steht hinten mit einem Mikrofon. Haben Sie Fragen direkt an Herrn Kapitelmann? Ganz vorne sehe ich eine Meldung. Das Mikrofon kommt, dann kann man das im Livestream auch gut hören. Eine oder eine muss anfangen. Ich habe aber Fragen so nach der Metaebene. Ich fand es ganz interessant, dass Sie eingestiegen sind mit dieser sehr reflektierenden Nachdenkens über was richte ich eigentlich an mit meinem Schreiben? Adressat, wie wird es rezipiert und so weiter? Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachfragen. Verstehen Sie Ihre Reportagen eigentlich so als in den 70er-Jahren habe ich einmal von engagierter Literatur gesprochen, also vor allem an Beitrag, der was bewegen will, wie sehen Sie sich da selber? Und ich habe mich in dem Text auch immer gefragt, in der Zeit sind ja auch andere Texte von Ihnen entstanden, schreibt man in der Eisenbahnstraße anders? Also ich meine, man kann in Nürnberg über Berge schreiben und das Meer, auch wenn man nicht da ist, aber vielleicht schreibt man doch anders? Und da würde ich gerne noch mal nachfragen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Sie sind Reiseschriftstelle in der eigenen Straße. Aber vielleicht möchten Sie da noch ein paar Worte sagen. Also ich glaube nicht, dass das engagierte Reportagen oder engagierte Literatur ist, zumindest nicht für einen konkreten Zweck. Meine Devise ist eigentlich vor allem zu zeigen, und auch die Paradoxien zu zeigen, die ich natürlich nicht auflösen kann, die ich aber aufbauen kann und quasi für das Publikum anstrahlen und dann debattieren wir darüber, dass ich natürlich mir eine Welt wünsche, ohne die ganzen giftigen Ismen, ohne Nazis, ohne Rassismen, Sexismen, Klassismen und 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 und, das ist klar, aber das kann ich so nicht in die Texten verbauen, weil das wahrscheinlich mehr ein Blick auf die Welt ist, aber gerade durch das Schreiben für die Zeit, was ja bei der Zeit habe ich in der Leserschaft die links ist, die in der Mitte ist und natürlich gibt es da auch konservativ rechte LeserInnen, also ich habe da Leserbriefe gekriegt von Ärzten und Juristen und ProfessorInnen schlicht dir das Gesicht ein soll und da weiß ich sehr gut, dass ich für ein großes Publikum schreibe, von dem ich sehr viele verliere, wenn ich zu früh zu deutlich werde und zu sehr meine politische Agenda einstecke, reinbaue. Ich versuche das Publikum sehr lange dadurch bei mir zu halten, dass ich viele Bilder zeige, dass ich möglichst menschliche Paradoxien auch darin verbaue und natürlich auch Humor behalte, also als Belohnung, dass man liest, dass man sich konzentriert, warum denn nicht und dann hat man so einen kurzen Abschnitt, wenn alle erwartbaren Argumente aufgebaut sind und die Bilder da und das Gefühl für den Text, da komme ich mit meinen zwei, drei Sätzen, die sitzen sollen und die sind dann auch politisch, die sind dann auch das, was ich ganz schwierig schwierig, weil man konditionieren muss, jede Episode braucht etwas Neues und man muss mitnehmen, was man schon gesagt hat, man weiß aber nicht, ob die Leute das zuvor gelesen haben, es muss irgendwie eine größere Dramaturgie entstehen und das war das eher, was bei diesen Texten anders war, dass ich einfach gucken musste, wie ich so eine Kolumne, wie ich die so lebendig halte und aufbaue und weil sie mit dem Reflektieren denn und was richtig eigentlich angefangen haben, ich sage mehrmals, wie doof ich das finde, diesen Titel Kriminellste Meile Deutschlands, aber ich arbeite auch in fast jeder Folge mit diesem Titel also da muss ich auch sagen naja es schafft halt Spannung und selbst nur wenn ich das heranziehe um es zu negieren habe ich es herangezogen und wiederholt sehr spannend ich berichte mal ein bisschen aus dem Chat es gab Grüße unter anderem aus München Augsburg und aus der Eisenbahnstraße nice das schön genau dann noch ein paar Komplimente sehr schöne Lesung schöne Texte genau hier auch noch mal von jemandem der in der Eisenbahnstraße lebt eine Frage ich würde gerne wissen wieso im Text nicht auf die vielen Polizeikontrollen eingegangen wurde naja im ersten Teil gibt es eigentlich zwei bis drei Abschnitte die genau darüber sprechen in den einzelnen Folgen geht es dann nicht mehr um die Polizei hängt aber auch damit zusammen dass die Polizei mir nicht erlaubt hat sie zu begleiten also ein bisschen Politik auch aber völlig legitime Frage weil die Polizei ist tatsächlich sehr sehr präsent es ist ja jemand der auch dort wohnt das ist dann so eine Einschätzung es ist es absolut berechtigt das zu fragen also und in erster Linie gibt es diese Folge nicht weil ich die Polizei nicht begleiten durfte dann noch eine sehr wichtige Frage die wahrscheinlich viele interessiert wie heißen diese Nüsse nochmal ja ich weiß nicht wie die heißen ich weiß nur dass ein Kilo 16 Euro kostet und dass es beim Hachi Barbershop ist und die sind direkt gegenüber von der Kasse und hinter Folie abgehangen und dann muss man mit so Schaufel dann immer selber also für alle die jetzt aus Leipzig zuschalten können jetzt damit bestimmt was anfangen mit der Beschreibung viel Erfolg dann gucke ich es gibt es ist der näher zur Stadt also zur Stadt Mitte gut danke eine Wortmeldung ist hier noch das Mikrofon kommt ja vielen Dank für die Einblicke es hat mich besonders interessiert weil ich auch in so einem Viertel aufgewachsen bin das immer das kriminellste Viertel in Nordrhein-Westfalen genannt wurde und ich eine ganz andere Sichtweise auf dieses Viertel immer hatte als Kind vor allen Dingen Sie haben von den Schlagzeilen gesprochen die dieses Viertel ausgelöst hat in der Medienwelt wie lesen Sie Schlagzeilen oder wie nehmen Sie solche Schlagzeilen oder Medienberichte wahr lesen Sie lieber die längeren Texte oder gucken Sie sich mehrere Texte an um ein Problem auf den Grund zu gehen wie nehmen Sie das wahr ein kurzes Beispiel vielleicht können Sie das aus Ihrer Erfahrung auch teilen als diese Mülltonne gebrannt hat in Leipzig im zweiten Folge ich denke wir können uns darauf einigen dass eine brennende Mülltonne jetzt kein weltpolitisches Ereignis ist aber mein Gott waren da schnell Fotografen von verschiedenen Sendern und Lokalzeitungen die wären nicht so schnell da gewesen wenn es in Stotteritz gebrannt hätte sondern bei der Eisenbahnstraße ist es einfach schon so self fulfilling prophecy irgendwie also diese Schlagzeile hätte es in einem anderen Viertel gar nicht erst gegeben ich glaube ich achte jetzt nicht in erster Linie darauf was in der Schlagzeile steht sondern der Teaser ist bei mir immer so ein relativ starker Richtwert ob ich das dann lese oder nicht weil da steckt ja das Framing noch ein bisschen deutlicher drin Sie haben recht an sich ist es dass das also vielversprechendste den Text zu lesen und nochmal als freier Autor weiß ich sehr sehr oft kommt Titel und Teaser von der Chefredaktion die wahrscheinlich bei der Schlusssitzung schnell noch alles betiteln müssen und nicht so in dem Text immer stecken also das sind das sind wirklich das sind zwei verschiedene Dinge wie der Text überschrieben ist und der Text selbst die Autorinnen treffen meist nicht die Entscheidung also auch das ist eigentlich der beste Tipp den ich geben kann machen sie sich das bewusst das das kommt von den Chefredakteuren der Text kommt von den Autorinnen und das kann sehr weit auseinander gehen wir haben zwei weitere Fragen im Chat eine Frage ist gab es eine Wahrnehmung ihrer Texte von BewohnerInnen der Eisenbahnstraße wenn ja welche ja ich wurde dreimal zum Chai eingeladen das ist ja schon mal positiv ja es war cool und ansonsten aber relativ wenig also es gab auch eine Leipzig interne Wahrnehmung der Texte ich muss aber auch ehrlich sagen dass Reportagen jetzt eben nicht die Reichweite hat von einer Zeit oder von ja von Leitmedien halt sondern eher so einen kleinen verschworenen LeserInnenkreis hat und das sind oftmals auch LeserInnen die sich nicht umdrehen und in den sozialen Medien dann so einen Rant absetzen sondern die lesen das oft finden das nett und dann lesen sie was anderes und dann gehen sie ihrem Leben nach deswegen war jetzt das Feedback nicht überwältigend groß aber es gab welches aus der Eisenbahnstraße und das war eigentlich nett also sogar so nett dass ich habe eigentlich mehr Kritik erwartet allein schon allein schon für die Perspektive die ich habe dass ich eben von außen komme und dass da niemand aus der Eisenbahnstraße selbst spricht der auch nicht weiß es den diese Polizeikontrollen auch anders betreffen und alles was ich tun kann ist zu sagen ich versuche das gerecht darzustellen ich bin mir nicht mehr sicher ob das geht und ich betone immer wieder die Sprecher Position die Perspektive aus der ich das mitteile in der letzten Folge sage ich ja sogar die Straße hatte völlig recht sich mir nicht so zu öffnen weil ich habe so nach dem Kolumbischen bin ich ja auch wieder weg und ich habe nie wirklich dazugehört also warum sollte man mich jetzt an das Herzstück lassen eine Kollegin hat mir noch geschrieben dass sie ich habe dann erzählt dass die Kolumne vorbei ist sie hat mir dann geschrieben ob sie die übernehmen kann weil sie die und dann hier nochmal danke für die lesung sie sagten der letzte text sei noch nicht redigiert was macht das redigieren mit ihren texten also jetzt in bezug auf die reportage das kommt ein bisschen darauf an was das thema ist und welche laune der redakteur gerade hat also eigentlich nicht so wahnsinnig viel es wird meistens besser also unklare bilder möchte umschreiben kleine redundanzen meistens wird es einfach gekürzt also eigentlich ist das was vom redigat passiert man wird einfach ein bisschen gekürzt was aber in neun von zehn fällen den texten eher gut tut aber es ist kein einziges mal so gewesen nicht bei reportagen und auch nicht bei anderen Zeitungen dass man mir sagt das geht inhaltlich überhaupt nicht das können wir politisch nicht vertreten einmal habe ich mich mit einer Spiegel Redakteurin gestritten weil sie mich nicht die AfD faschistisch nennen lassen wollte weil das Leser ich schaue noch mal ins Live Publikum vorne ist eine Wortmeldung es ist immer eine ganz individuelle Betrachtungsweise wenn sie ihre Straße beschreiben finde ich ganz hervorragend habe mich auch sehr gefreut wie sie es auch vortragen ich war vor 14 Tagen in Leipzig in der Eisenbahnstraße habe eine Kollegin besucht die wohnzeit elf jahren dort mit ihrem Mann und ihrem Sohn und die freuen sich auf das Bad wenn es mal jetzt endlich kommt und hoffen auch dass sie es noch erleben 2024 heißt es die lebt gerne in der Straße und ihr Eindruck ist eigentlich sehr positiv sehr lebendig sehr jung und sehr viel los aber ist natürlich auch eine sehr aktive Frau und die hat da denke ich keine Probleme sich auch durchzusetzen meine Frage an sie ist machen sie jetzt in berlin was ähnliches wäre sehr schön wenn auch eine beschreibung käme also punkt a ist dass emmy mir verboten hat noch mal öffentlich die Straße zu nennen in der ich lebe aus sicherheitsgründen aber die die wäre eigentlich sehr sehr beschreibenswert diese aber nein aus völlig eigenwilligen Motiven von mir das passt sehr gut zur nächsten Frage im Chat da ist nämlich die Frage aufgetaucht neues Buch in der Pipeline Fragezeichen es geht so was heißt das denn naja das heißt dass es so geht das heißt die Ideen wachsen langsam ne ich habe im Moment noch nicht das Gefühl dass ich was Neues zu sagen habe deswegen geht es so alles klar ich glaube für eine Frage hätten wir noch Zeit wenn wir keine Frage die Sache daran ist die Leute die am energischsten fragen wann denn das nächste Buch kommt sind genau die die am enttäuschsten sind wenn es dann nicht gut ist oder das Thema nicht passt genau wir haben hier noch mal ein herzliches Dank für die tolle Lesung es war eine Freude viele Grüße einer Reportagen Leserin aus Winterthur genau ich möchte gerne eine Abschluss Frage stellen und zwar auch mit einem Ausblick und einem Wunsch ich glaube es ist immer ganz schön so ein Amt auch damit zu beschließen was wünschen sie sich für die Eisenbahnstraße in Leipzig naja ich wünsche mir ganz ehrlich und grundständig dass die Leute da prosperieren und ehrlicherweise also ich war zum Beispiel auch in den Jugendämtern und eben bei den Street Worker und da gibt es halt auch viele die jetzt nicht die besten Karten dafür haben zu prosperieren und ich hoffe dass sich das zwischen den Generationen bessert das das klingt jetzt recht allgemein aber ich meine das eigentlich genauso wie ich das sage und ich hoffe dass die soziale und die ökonomische Verdrängung nicht so massiv wird ich meine die gibt es immer die gibt es in allen größeren Städten und man darf nicht vergessen die Straße ist ja ganz nah am Zentrum man kann in zehn Minuten am Hauptbahnhof sein natürlich wird das Geld da kommen und ich hoffe mir aber dass diese Entwicklung vor allem dazu führt dass sich die Lebensbedingungen da für viele Menschen verbessern ohne dass sie halt das Leute wegziehen müssen und ich wünsche mir dass die scheiß Waffenverbotsschilder endlich abmontiert werden wenn sie denn schon gar keine legale Gültigkeit mehr haben und dass die Polizei mal ein bisschen chillt wunderbare Wünsche die wir aussenden in die Eisenbahnstraße in Leipzig vielen Dank dass sie uns mitgenommen haben und uns ein schönes Bild gezeichnet haben vielen herzlichen Dank für die Diskussion danke ihnen dass sie Fragen gestellt haben mit dabei waren vielen Dank auch an die Leute die im Livestream die Veranstaltung verfolgt haben es hat mir sehr viel Freude gemacht danke für das wunderbare Gespräch und die Lesung und wir freuen uns wenn sie wieder bei Veranstaltung von uns dabei sind und ich darf ein Schlusswort nochmal übergeben an Herrn Krimmeier meine sehr verehrten Damen Herren bleiben es noch kurz da ich versuche jetzt den Dank auch noch ein bisschen zu garnieren mit vorausschauendem Werbeblock aber jetzt der erste Dank gilt natürlich an unseren Gast heute Abend ein herzliches Danke oder wie man gut bayerisch sagt ein Vergölzgott nicht nur fürs Kommen sondern ein Mitnehmen in die Eisenbahnstraße ein sehr reflektierendes gemeinsames Nachdenken und alle die bei uns im CPH irgendwo auf der Bühne was gestalten bekommen auf jeden Fall einen Akademiewein mit auf den Weg und unsere letzte Veröffentlichung mit einigen Reiseberichten vielleicht etwas was ganz anregend ist nehmen Sie den Gruß aus Nürnberg einfach herzlich gerne mit Herzlichen Dank Dank und die Reiseberichte die jetzt mit bringen ihn ja auch auf die Ideen mal über was ganz anderes zu schreiben aber jetzt kommt der erste Werbeblock über was er schon geschrieben hat das liegt nämlich auch da hinten auf ich bin auf ihn gestoßen bei seinem ersten Buch das Lächeln meines unsichtbaren Vaters auch eine Reisebeschreibung nach Israel aber eine ganz eigene in dem er selbst reflektiert was das Jüdischsein seiner Familie eigentlich bedeutet und das andere Buch das leider ja auch eine ganz andere Aktualität erlangt hat auch wenn es gar nicht so sehr in diese Richtung gezielt hatte eine Formalie in Kiew auch da wieder eine Reise in nicht nur die eigenen Tiefen der Identität sondern eben auch ganz real mit vielen Fragen was auch Identität Migration für uns bedeutet ja die brauche ich Ihnen jetzt nicht geben die liegen hinten aus also kann man mitnehmen und käuflich erwerben was sie schon mitbekommen heute Abend das ist der dritte Kooperationspartner das sind Reportagen heute Abend hätte eigentlich und jetzt müssen wir mal in die Kamera winken heute eigentlich hätte heute Abend der Redakteur von Reportagen da sein sollen und moderieren das ist Dimitri Gabrich ich bin mir sicher dass er heute mit zugesehen hat wir wünschen gute Besserung und schnelle und baldige Genesung und es kann nur das weitergeben schauen Sie sich Reportagen einfach mal an klicken Sie mal durch und dort gibt es dann auch das was Sie heute Abend schon sehen und hören konnten zum zweiten der Werbeblock ein ganz herzliches Vergelt Scott auch an Eva und der Werbeblock immer wieder drauf zu schauen was auch die Friedrich-Ebert-Stiftung so macht ganz herzlichen Dank für die Unterstützung und vor allem die Friedrich-Ebert-Stiftung hat es ermöglicht dass das heute Abend so professionell gestreamt und damit auch in die weite Welt transportiert worden ist dafür einfach als Kooperationspartner auch dir den klassischen Wein hier der Akademie und etwas Lektüre Dankeschön 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 Ja für uns war es eine Offertüre denn wir wollen mit Reportagen einmal in einem Semester immer einen Abend gestalten das war jetzt heute die Offertüre der Auftakt jetzt wenn Sie dann Ihre Handys wieder einschalten notieren Sie sich den 10.11 kann man sich leicht merken 10.11 10.11 da haben wir auch jemanden eingeladen der einen Artikel in Reportagen veröffentlicht hat zum Senegal auf Raubzug im Senegal es geht aber nicht nur um Senegal sondern es ist eine ganz außergewöhnliche Reportage über das was weltweit passiert wenn es um Überfischung um Industriepolitik und dergleichen geht da werden wir ähnlich wie heute Abend noch mal einen Abend veranstalten jetzt schon vormerken und seien Sie herzlich willkommen ja und dann bleibt es beim letzten Dank der letzte Dank gilt Ihnen Sie haben jetzt den Biergartenbesuch zwei Stunden verschoben Sie haben sich richtig entschieden heute zu uns zu kommen ich bedanke mich dass Sie heute Abend mit da waren ich sage einen herzlichen Gruß allen die uns vielleicht an anderen Orten immer noch zusehen und zugesehen haben und last but not least damit wir immer wieder was veranstalten können bei uns gibt es ja keinen Eintritt aber einen Austritt wenn Sie beim Rausgehen da etwas reingeben wollen freuen wir uns auch ich hoffe Sie wieder mal begrüßen zu dürfen und mit den Kooperationspartnern sage ich herzlichen Dank und schönen Nachhauseweg schau und schau und schau Untertitelung des ZDF, 2020